Wie viele Anteile von mir wollen dieses Karriere-Ding? Manchmal will ich einfach Frau sein. Ich habe saumäßig Schiss davor, irgendwann aufzuwachen und festzustellen, du hast dich so auf deine Karriere fokussiert. Vielleicht kann ich auch super weiterarbeiten und mein Ding verfolgen mit Kind. Ich bin Ben und das hier ist kein Jammerlappen-Podcast. Hier kommen nur Leute hin, die ihre echte Meinung sagen. Leute mit Ecken und Kanten, die nicht hinterm Berg halten und für das einstehen, was sie sagen und was sie glauben, was richtig ist. Viel Spaß! Veli, du hast gerade gesagt, Frauen mit Anfang 30 haben ein Problem oder Probleme. Oh Gott, das ist jetzt so eine Schlagzeile, die mir richtig übel ausgelegt wird. Ich habe, das muss ich korrigieren, ich habe gesagt, dass es uns Frauen mit Anfang 30 manchmal so vorkommt, als gäbe es ein Problem. Es gibt aber gar kein Problem. Das existiert nur leider Gottes immer noch häufig in unseren Köpfen. Das Problem machen wir uns selbst. Das existiert eigentlich nicht. Nur aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass man schon, wenn man eben nicht so lebt, wie die Gesellschaft das vielleicht noch so vor 20 Jahren bei Frauen mit Anfang 30 gesehen hätte. Weißt du, wie ich meine? Also wenn, anders, man denkt, wenn man 16, 17 ist, denkt man, wenn ich mal 30 bin, dann bin ich total gesettelt und total erwachsen. Dann habe ich einen Mann und Kinder und ein Haus und einen Hund und so weiter und so fort. Und dann geht man zur Schule, dann, keine Ahnung, macht man Abitur, dann fängt man aber an zu studieren, dann studiert man, dann dauert das alles ein bisschen länger und dann fängt man irgendwann an zu arbeiten. Dann ist man schon 28, 29 und zack, ist man 30, startet gerade erst so richtig durch. Ja, man weiß erst mal so richtig, wer man ist, was man von diesem Leben so ungefähr will und das auch nur in ganz, ganz groben Zügen erst mal. Naja, und irgendwann bist du Anfang 30 und stellst fest, ich fühle mich a, weder erwachsen, b, noch bereit dazu, jetzt irgendwie eine Familie zu gründen. Ich muss doch erst mal meine Karriere ausbauen, gleichwohl, wenn man dann aber aus einer etwas kleineren Stadt kommt, wo schon vielleicht viele der damaligen Schulfreundinnen oder so Kinder bekommen haben. Dann sieht man die im Vergleich und dann denkt man, oh Gott, aber jetzt haben die das alles schon, ich habe das noch nicht, habe ich jetzt irgendwie was verpasst, den Zug verpasst, bin ich jetzt zu spät. Und dann fängt dieses Gedankenkarussell an und eigentlich will man doch noch an seiner Karriere arbeiten, eigentlich will man doch noch total unabhängig sein. Auf der anderen Seite tickt diese verdammte biologische Uhr, von der immer alle reden und dieses Ticken. Wird lauter. Das wird lauter und das ist richtig beschissen, weil wir sind heute mit Anfang 30 viel jünger als, weiß ich nicht, ja, weiß ich nicht, vor 50 Jahren oder so. Also weißt du, wenn du dir die Frauen heute anguckst mit Anfang 30, wenn du durch Ehrenfeld gehst zum Beispiel, die sehen ja super jung aus. Und die sind auch, wir sind jünger körperlich einfach, ne. Wir werden ja auch älter, also alles verschiebt sich ja so ein bisschen nach hinten. Aber verschiebt sich tatsächlich, du hast gerade von der Ticken den Zeitbombe gesprochen und meinst damit sozusagen die Fruchtbarkeit, verschiebt sich das auch nach hinten oder verschiebt sich das nicht nach hinten? Also ich bin da jetzt leider, damit kann ich jetzt wirklich nicht unbedingt mit Fachwissen glänzen. Ich glaube, unsere Biologie ist vorgegeben von der Frau. Natürlich wird es tendenziell nach hinten raus immer dünner, glaube ich schon. Also ich glaube, wenn du Anfang 20 bist und schwanger wirst, ist das wahrscheinlich von der rein biologischen Seite her, ich will nicht sagen besser, aber wahrscheinlich für den Körper noch einfacher. Und ich glaube, hinten raus wird es einfach, es wird schwieriger vielleicht oder nicht ganz so einfach. Aber trotzdem ist es, also es ist auf jeden Fall möglich, also es ist definitiv möglich. Ich meine, viele Frauen bekommen erst mit Mitte, Ende 30 ein Kind. Das ist gar kein Problem, das sieht man ja auch immer wieder und das ist ja auch irgendwo beruhigend zu sehen. Aber so trotzdem, man kann sich, also ich zumindest, kann nur für mich sprechen. Ich weiß aber von vielen Freundinnen, dass es auch so ist, die gerade mitten an einem krassen Punkt in ihrer Karriere stehen und jetzt irgendwie 33, 34 sind, vielleicht gar keinen Partner haben. Das kommt ja auch nochmal dazu. Hast du jemanden an deiner Seite, mit dem du dir das schon vorstellen könntest? Und wenn das auch noch nicht gegeben ist und dann sind oft die Themen so, ja, ich habe Angst, dass der Punkt irgendwann vorbei ist, weißt du, dass ich irgendwann 40 bin und dann ist es immer noch nicht so und dann habe ich vielleicht was verpasst, vielleicht auch nicht. Ja, man wird ja nicht nur glücklich, wenn man Kids hat, wenn man eine Familie hat. Davon muss man sich, glaube ich, auch mal ein bisschen lösen. Aber für mich persönlich ist es schon etwas, was erstrebenswert ist, aber was für eine Frau, Anfang 30, ich hasse diese Formulierung, das ist so wie so ein Label irgendwie, aber es ist irgendwie, es ist eine krasse Phase im Leben, finde ich. Sehr interessant. Möchtest du dann Kinder oder möchtest du keine Kinder oder weißt du das schon oder weißt du das schon? Doch, ich möchte auf jeden Fall Kinder haben und das ist ja eben genau, das ist, glaube ich, die Schwierigkeit. Ich weiß, dass ich das will, aber jetzt gerade aktuell eigentlich noch nicht. Okay, wann denn? Also, laut meinem Schamanen, ich habe mehrere Schamanen. Laut welches meiner Schamanen? Laut eines sehr, sehr weißen Schamanen, mit dem ich vor einigen Jahren gesprochen habe, bekomme ich mit 37 einen Sohn. Und das hat er mir schon vor vielen Jahren gesagt und ich war damals so, das ist aber spät. So spät und jetzt bin ich 33 und denke so, ach krass, oh, hast du ja schon bald. Ei, ei, ei. Also, angeblich mit 37 glaube ich auch fest dran. Ja, ist ja schon, das heißt, du könntest ja eigentlich relativ entspannt sein und sagen, mit 37 passiert das. Eigentlich schon, damit beruhige ich mich auch immer. Nein, es ist wirklich so, also das rattert gerade, ich bin da jetzt einfach mal ganz ehrlich mit dir, deswegen bin ich, also, ich dachte eigentlich, wir reden über Düfte, aber gut. Also, passiert das dann. Jetzt sind wir halt eben bei dem Thema. Nein, das ist für mich auch total okay und ich finde, das ist auch wichtig, da einfach mal so locker und offen drüber zu sprechen. Mir macht das echt Angst. Mir macht das teilweise schlaflose Nächte, weil ich nicht weiß, wie ich das alles machen soll. Und ich habe saumäßig Schiss davor, irgendwann aufzuwachen und festzustellen, du hast dich so auf deine Karriere fokussiert. Und hast so einen Schiss davor gehabt, dass ein Kind das jetzt alles verändern könnte. Vielleicht tut es das auch gar nicht, weißt du? Vielleicht kann ich auch super weiterarbeiten und mein Ding verfolgen mit Kind. Aber, ja, fällt mir schwer und ich glaube, es fällt vielen Frauen in meinem Alter schwer, sich da so von locker zu machen und einfach mal zu sagen, so, hey, kommt, wie es kommt und passiert und jetzt mache ich mir mal keinen Stress, aber es ist super. Aber ist das clever, sich keinen Stress zu machen, wenn du weißt, ich möchte gerne ein Kind haben und du weißt, das Zeitfenster dafür ist relativ klein. Insbesondere, wenn du Anfang 30 bist, wird es halt ja immer kleiner. Das heißt, die Zeit läuft ja gegen dich. Und dann zu sagen, ich gucke mal, was passiert, ist das klug oder ist das nicht klug? Also, dazu muss ich eigentlich eine Sache sagen, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen Form von einer Lebenseinstellung. Tendenziell bin ich ja eigentlich eher der Typ, der sagt, es passiert, also es ist eh alles schon geschrieben. Mein Buch ist schon geschrieben. Das heißt, es wird so kommen, wie es kommen soll. Darauf könnte man sich jetzt ausruhen und sagen, das stimmt ja natürlich nicht. Also, ich muss natürlich auch an meinen Zielen arbeiten. Also, ich kann jetzt nicht sagen, ja, ja, es passiert schon alles und sitze den ganzen Tag nur zu Hause und warte. Natürlich muss man was tun und klar, wenn man wirklich diesen ausgeprägten Wunsch hat, irgendwann Familie zu haben, dann muss man sich natürlich irgendwann so ein bisschen, dann geht es nicht mehr, das nur noch dem Zufallsüberlasten. Natürlich, dann muss man irgendwie handeln und dann muss man was machen. Aber noch schiebe ich das so ein bisschen vor mir her. Ich denke mal, ich verschiebe immer so meine Deadline, weißt du? So wie so ein Abgabetermin. Ich sage mal so, ja, okay. Also, so mit Mitte 20 war es, naja, 30, easy, reicht ja. Mit 30 war es so, naja, 33. Jetzt bin ich 33 und jetzt so, ach, aber mein Schamana hat gesagt, mit 37, weißt du? Also, aber ich glaube, wenn, also ich glaube, ich habe mir so eine interne Deadline gesetzt und ich glaube, spätestens, wenn ich bis dahin immer noch so genauso in meinem Kopf am rumdümpeln bin, wie ich es jetzt bin, dann muss ich mich mal raffen und dann mal Buddha bei die Fische machen. Aber was heißt dann Buddha bei die Fische machen? Naja, dann müsste ich mir wirklich, also, dann müsste ich mich wirklich fragen, okay, willst du wirklich Kids haben? Und wenn deine Antwort ganz, ganz tief von innen heraus ein Ja ist, dann muss man Wege finden, das umzusetzen. Die gibt es ja, theoretisch. Also klar, ne? Was sind da die Wege, die dir vorschwimmen? Naja, es gibt den ganz natürlichen Weg natürlich, das Ganze mit einem Partner zu machen. Aber dafür brauchst du ja, also es gibt ja den Weg, du bist in einer langen Beziehung. Dann gibt es potenziell den Weg, du bist nicht in so einer langen Beziehung und überrasch den so ein bisschen, ne? Achso, ne, das würde ich nie machen. Also, falls du darauf hinaus willst, irgendwie jetzt mit einem One-Night-Stand und Hupala, ich habe jetzt aber gar nicht verhütet, ne, das würde ich nicht machen. Ich finde, das ist etwas, was ich nicht nur alleine zu entscheiden hätte in so einem Moment. Und ich finde, da schwingt so viel Verantwortung und eine lebenslange Bindung mit. Das würde ich nie mit meinem Gewissen und auch nicht mit meinem, ne, das könnte ich nicht mit mir vereinbaren, das über den Kopf jemand anderes hinweg zu entscheiden. Wenn, dann müsste man eben irgendwann, wenn man dann keinen Partner hat, über, ja, eine Samenspende nachdenken oder, ja. Wie funktioniert Samenspenden? Wenn, Alter, ich habe gar keine Ahnung, ich habe mich damit gesetzt. Ich weiß es nicht, ich weiß es wirklich nicht. Hier sitzt du so in einer Spenderbank und sagst, hallo, ich, wirklich, ich weiß es echt nicht. Geht das in Deutschland, also, geht das in Deutschland, geht das, ich habe mal gehört, dass es in Dänemark geht, alleine, aber in Deutschland irgendwie nicht. Achso. Aber ich bin da jetzt auch wirklich kein Experte. Ich weiß es, also damit habe ich mich tatsächlich wirklich noch nicht auseinandergesetzt. Ich meine, ich weiß gar nicht, ja, ich weiß gar nicht, ob du dann, was du alles nachweisen musst, ne. Wahrscheinlich auch so ein bisschen wie bei einer Adoption ja auch. Ich meine, Adoption ist ja auch ein krasses Thema. Das ist ja so komplex, das dauert so lang, das ist so schwierig, du musst so viel nachweisen und, weil auch das ist natürlich eine Option, ne. Du kannst natürlich auch ein Kind adoptieren, wenn du selbst vielleicht nicht mehr in einem Alter bist, wo man jetzt sagen würde, so, hey, das geht jetzt hier super easy von der Hand. Aber auch da ist es super schwierig. Und ja. Wobei das Adoptionsthema, das könntest du ja sogar noch machen, wenn du, da gibt es ja keine biologische Limitierung. Doch, äh, gibt es. Ich glaube, du darfst gesamt, boah, das ist jetzt gefährlich, das ist ein gefährliches Halbwissen, aber ich glaube, das Gesamtalter von dir und deinem Partner darf eine gewisse Zahl nicht überschritten. Wirklich? Das heißt, wenn du den 18-Jährigen suchst, kannst du auch potenziell mit 50? Ne, es ist wirklich so, weil ich glaube, wenn du halt zu alt bist, kannst du ja auch nicht mehr, also das klingt jetzt hart, aber, ne, wenn du jetzt irgendwie mit, mit, weiß ich nicht, ich sage jetzt mal was ganz krass, mit 70 irgendwie ein Kind adoptierst und vielleicht nur noch 15 Jahre zu leben hast und du adoptierst ein kleines Kind, dann kannst du ja nicht mehr dafür Sorge tragen, bis das volljährig ist, dass du so lange da bist und bist ja dann der Erziehungsberechtigte. Weißt du, wie ich meine? Also ich glaube schon, dass es da eine Altersbegrenzung gibt. Das würde auf jeden Fall Sinn machen, dass man ein 80-Jähriger, keine, oder Heroinabhängig, Ja, klar. Also, dass man da Kriterien wählt. Es gibt super krasse Kriterien. Also ich, wie gesagt, ich bekomme das nur manchmal so am Rande mit, aber ich weiß von einer damaligen Kollegin, die wollte mit ihrem Mann ein Kind adoptieren, haben sie dann auch, aber das hat Jahre gedauert, fast drei Jahre, die mussten so viele Nachweise liefern von, keine Ahnung, psychologischen Gutachten, natürlich über Gehaltsnachweise, über diese, das und über tausend Behördengängen und so. Das ist richtig, richtig schwierig. Also, ja. Okay. Das heißt, es gibt also die Adaptionsoption, es gibt die Partneroption und dann gibt es die Samenspende, in welcher Form auch immer. Vermutlich gibt es irgendein Land, wo du hinfliegen kannst und dann holst du das ab und wenn das beim ersten Mal nicht klappt, fliegst du da zwei, drei Mal hin. Wahrscheinlich. Und es gibt natürlich auch noch die Option, deine Eizellen einfrieren zu lassen, ne, als Frau. Okay, das wäre dann die Option, glaube ich, Nummer fünf. Ja, beziehungsweise brauchst du dann auch immer noch einen Partner oder eine Samenspende, aber du kannst quasi deine Eizellen Stand jetzt einfrieren lassen, also die 33-Jährige, ne, und das ist natürlich ganz praktisch, wenn du dann halt auch erst mit Ende 30 entscheidest, Kids zu kriegen. Hast du aber deine Eizellen aus dem Status jetzt, weißt du? Weißt du, ob das, also wie, wo die Schwierigkeit herkommt, dann schwanger zu werden? Ist es die Qualität der Eizellen oder die Anzahl oder der Gesamtkörper? Ey, ich kann es dir wirklich, ich würde jetzt hier total, das ist rein spekulativ, also ich glaube, dass es wirklich die Qualität abnimmt und natürlich auch die Anzahl und damit natürlich das Spektrum kleiner wird und so weiter und so fort. Also glaube ich schon. Aber ich kenne ganz viele Frauen, die eine Superschwangerschaft auch Ende 30 hatten. Das geht auch, natürlich, ne, es ist überhaupt nicht ausgeschlossen. Aber so Frauenärzte, ehrlicherweise, also meine Frauenärztin hat das erste Mal zu mir gesagt, da war ich 28, hat die, hat sie gesagt, wie es denn mit Kinderwunsch aussehen würde. Und ich habe gesagt, ja, habe ich, aber halt noch nicht jetzt. Und dann hat sie mir gesagt, naja, sie wissen, ab jetzt ist Rückschritt, ne. Also ab 28 fängt es an abzubauen. Das ist schon hart. Also wenn du dann, das ist schon krass. Und so ein richtig vorwurfsvoll, ne. Also es gibt ja wirklich teilweise, ich finde, also es kommt voll auf die Ärzte an. Es gibt ganz großartige Frauenärzte oder Frauenärztinnen. Aber es gibt durchaus so ein, je nachdem, wo du bist, so einen kleinen, so einen vorwurfsvollen Ton. Ach, oder haben sie da noch nicht drüber nachgedacht? Ja doch, aber noch nicht jetzt. Hm, wie alt sind sie denn? 28? Ja, dann müssten sie jetzt aber, weil jetzt geht es ja schon wieder bergab, finde ich halt. Und das ist der Grund, weshalb du dann mit Anfang 30 anfängst zu denken, oh mein Gott, die haben mir schon vor fünf Jahren gesagt, dass es abbaut. Ach, du liebes bisschen. Und das ist eben genau der Punkt. Oder dass Leute fragen. Weißt du, Ben, es kommt ja nicht von ungefähr, dass man dann anfängt, sich Stress zu machen. Und andere Leute fragen dich, na, wie sieht es aus? Hast du noch keine Kinder? Nee. Ach, wie alt bist du denn? 33? Oh, dann wird es jetzt aber mal Zeit. Und das ist genau das Ding, weißt du, wenn alle cool damit wären und alle sagen würden, hey, cool, 33 und noch keine Kids. Ja, easy. Ist doch, ist doch fein. Aber das kommt, du kriegst das ja suggeriert von außen. Wo ist sozusagen, was ist für dich am schwersten? Ist es der Druck gesellschaftlich von außen oder ist es der, die Anspannung oder Druck, den du dir selbst machst, weil das Zielpotenzial nicht erreicht wird? Mein schlimmster Feind bin immer ich selbst. Ich habe mich relativ gut davon loslösen können, was die Menschen über mich denken. Das war früher ganz anders. Früher sehr darauf geachtet, wie meine Reputation ist, wie man mich wahrnimmt. Und ich bin, und auch das ist ein Achievement von Anfang 30, ich habe gelernt, mich darum eigentlich nicht mehr so wirklich zu kümmern. Das heißt, ich setze mich da mit mir auseinander. Und das ist meine interne Diskussion. Natürlich manchmal befeuert von außen. Klar, ich kann mich nicht davon freimachen, dass ich das mir auch manchmal zu Herzen nehme, was da so von außen mal kommt. Aber prinzipiell bin ich da mein größter, ja, ich will nicht sagen Feind, aber diejenige, die sich Stress macht. Das mache ich alles selbst. Wie viele Kinder willst du denn? Ganz ehrlich, eins. Warum eins? Naja, nun, jetzt haben wir ja schon gesehen, der Schamane sagt 37 und ich glaube, also ein gesundes Kind würde mir reichen. Ich wäre mit einem Kind sehr, sehr happy. Wenn es zwei werden würden, wäre das auch fein, aber ich habe jetzt nicht von vornherein schon den Plan zwei. Also erstmal eins. Wir fangen mal an. Weißt du? Wie ist das im Dating? Droppst du das oder droppst du das nicht? Klar, beim ersten Date. Hallo, mein Name ist Melli. Und übrigens, nein, um Gottes Willen, nein, 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 nein. Aber ich muss dir ehrlich sagen, ich würde jetzt keine Partnerschaft mehr eingehen mit einem Mann, der mir von vornherein sagen würde, ich möchte niemals Kinder haben. Weil, ja, klar, früher oder später kommen wir an den Punkt, an dem haben wir ein richtiges Problem. Und auch das habe ich schon in meinem Umfeld erlebt, dass das sehr, sehr schwierig werden kann. Und man als Frau ja dann vielleicht dazu neigt, das erstmal zu ignorieren, zu sagen, ja, ja, der ändert irgendwann seine Meinung, wenn er erstmal richtig mit mir in love ist. Und dann fängt er irgendwann an und dann kommt das aber vielleicht nicht. Und der Mann war ja ehrlich, dem kannst du ja gar keinen Vorwurf machen. Er hat ja von Anfang an reinen Tisch gemacht und gesagt, ich möchte es nicht. Und wenn du dann natürlich trotzdem weiterhin daran glaubst und dann irgendwann nach vier Jahren feststellst, scheiße, dann bist du 38 und der will aber immer noch nicht. Und da habe ich einfach keinen Bock drauf. Also, wie gesagt, das wäre ein Ausschlusskriterium für mich. Aber das würde ich natürlich nicht beim ersten Date oder sowas. Das muss sich entwickeln. Aber irgendwann, wenn es in Richtung Beziehung geht, dann muss das jemand sein, der das auch möchte. Aber wenn du sagst, es ist gut, wenn der Mann reinen Tisch macht, indem er sagt, ich möchte das nicht. Wäre es dann nicht gut, wenn du auch relativ früh reinen Tisch machen würdest und sagen, pass auf, ich bin in genau dieser richtig schwierigen Situation. Ich habe einen Kinderwunsch, bin Anfang 30 und wenn ich einen Partner suche, dann will ich einen Partner, der zumindest auch eine ähnliche Zielvorstellung hat. So, das muss man ja nicht, das muss ja nicht die Tinte trocken sein im ersten Date. Aber zumindest, dass man sagt, hey, das ist mein Ziel. So, wenn es richtig gut läuft, dann haben wir eine geile Beziehung und heiraten und kriegen Kinder. Oder vielleicht auch. Heiraten ist ein anderes Thema. Aber zumindest dieses Kinderwunschthema höher und klarer zu kommunizieren. Auf jeden Fall. Da gebe ich dir total recht. Und das ist jetzt für mich nicht unbedingt ein Thema, unbedingt fürs erste Date oder so. Aber wenn beim ersten Date solche Themen auf den Tisch kämen und wenn man sagen würde, so hey, manchmal hat man ja einfach so richtig gute Gespräche auch. Und richtig tiefe Gespräche schon, obwohl man die Person erst kennengelernt hat. Es kommt ja auch immer so ein bisschen auf den Vibe an. Wie ist das? Was machen wir an dem Abend? Wo sind wir? Aber wenn dann so ein bisschen die Frage käme, so hey, wie sieht es bei dir aus, würde ich das immer offen kommunizieren. Und würde immer offen sagen, so sieht es aus. Auf jeden Fall. Ich will auf jeden Fall Kids haben. Und ich habe Bock auf einen Mann dabei auch an meiner Seite. Weil du kannst ja auch super gut ein Kind alleine, also klar, zur Zeugung brauchst du den Mann, aber theoretisch hinten raus ja nicht mehr. Aber natürlich wäre das mein Wunsch. Das ist natürlich… Ja, da würde ich dir tatsächlich widersprechen, nur vom Wording, super gut. Und also ich glaube, allein ein Kind groß zu ziehen, ist einfach unsagbar anstrengend. Und der Preis, das ist möglich, klar. Ja. Aber der Preis, den du dafür zahlst, ist einfach Aufgabe im Regelfall deines kompletten anderen Lebens. Es sei denn, ich meine, wenn du natürlich Großeltern hast, die dich irgendwie mitkümmern, wenn du genug finanzielle Mittel hast, um irgendwie einen Nanny, ist auch ein anderes Thema. Aber wenn du sozusagen dein eigenes Geld verdienen musst und komplett auf dein Kind… Dein Leben ist davon sowas von dominiert, wenn man das will, happy, happy, aber es ist nicht ein neues Hobby, sondern es ist eine neue Berufung. Nein, auf jeden Fall. Und mit super gut meinte ich vielleicht auch einfach nur, du kannst natürlich auch alleine ein Kind bekommen. Also nach der Zeugung kannst du als Frau alleine ein Kind bekommen und du kriegst es auch irgendwie hin, natürlich alles irgendwie gewiggelt zu kriegen. Aber natürlich ist es eine krasse Aufgabe und ich ziehe meinen Hut vor jeder Frau oder vor jedem Mann, der das alleinerziehend macht. Ich glaube, das ist ultra krass. Und deswegen sage ich auch, würde ich das wahnsinnig gerne mit Partner an meiner Seite machen, weil das natürlich viel, viel, viel leichter ist und man sich ein bisschen mehr aufteilen kann und natürlich auch ein bisschen Support hat und jemanden da hat, der dich unterstützt. Und genau, und deswegen ist das mein Wunsch. Und deswegen, um zur Ursprungsfrage zurückzukehren, würde ich das, wenn das auf den Tisch kommt, immer ganz klar mittlerweile so kommunizieren. Und das hätte ich vor fünf Jahren wahrscheinlich noch nicht gemacht. Nicht so krass. Aber ja, man muss jetzt einfach mit offenen Karten spielen. Vielleicht ist es ja sogar ganz gut, wenn man gezwungen wird. Ich frage mich auch, das, was deine Freundin damals mit 28 gesagt hat, das ist natürlich nicht freundlich und hat nicht dazu geführt, dass du einen besseren Tag hattest. Aber hat dich ja potenziell aus der Illusion rausgeholt, ich brauche mir da überhaupt gar keine Gedanken zu machen und da könnte ein Problem raus werden. Das ist immer nicht geil, wenn man blöde Themen anspricht. Das ist natürlich auch die Frage, der Ton macht die Musik, wie macht die das, keine Ahnung. Aber zu sagen, hey, hier gibt es was, über das du vielleicht nicht aktiv nachdenkst oder über das du nicht aktiv nachdenken willst. Und vielleicht wäre es jetzt an der Zeit, sich in diese Richtung zu orientieren. Das heißt ja nicht, du bist ein schlechter Mensch, wenn du das nicht tust. Aber aufgepasst, ist ja was anderes, weil wenn du dann mit, keine Ahnung, 38, 39 dann schwanger ankommst, also ich bin schwanger, und dann reißt dir die Augen auf und sagt, das ist aber jetzt echt gefährlich. Hätten sie das mal vor zehn Jahren gemacht, dann würdest du sagen, fuck you, wieso hast du mir das vor zehn Jahren nicht gesagt, mir war das gar nicht klar. Und das ist halt, also ganz schwierig, da finde ich den richtigen Ton zu treffen, als Ärztin oder Arzt. Ja, es ist definitiv schwierig, aber ich finde mit 28 ist es einfach wirklich, also ja klar, rein biologisch und auf Zellebene fangen wir an, mit 28 uns ein bisschen wieder zu zersetzen. Nein, aber klar, die Aufbauprozesse des Körpers sind dann quasi erreicht und ab dann reproduziert es quasi nur noch und ich habe die medizinischen Fachbegriffe dafür nicht und will ich auch jetzt gar nicht hier nachher schreiben, tausend Ärzte, was labert die da? Ja, aber ich finde den Punkt einfach ein bisschen früh. Also klar, man kann ja fragen, wie sieht es denn aus, haben sie einen Kinderwunsch? Ähm, aber ich, also wenn du dir anguckst, weiß ich nicht, es gibt Spitzensportler mit Mitte 30 und so, also du bist körperlich jetzt auch nicht so, dass man sagt, mit Mitte 30 so, ei, ja, ja, jetzt wird es aber schwer. Es kommt auch darauf an, wie lebst du, wie fit bist du, wie gehst du mit deinem Körper um, ne? Also es gibt Frauen, die sind mit Mitte 20 wahrscheinlich schon älter, in Anführungszeichen, als eine sehr, sehr bewusst gesund lebende Frau mit Mitte 30. Von daher finde ich, ähm, ja, hast du recht, ist es wichtig als Frau, das einfach zu wissen, ne? Und zu wissen, okay, je weiter es sich nach hinten verschiebt, desto länger dauert es vielleicht auch, bis ich schwanger werde, desto mehr, vielleicht brauche ich dann Hilfsmittel vielleicht, ne? Anyways, ähm, aber, ja, schwierig. Also, da muss man wirklich, glaube ich, aufpassen, wie drastisch man das formuliert, weil, ähm, ja, daher kommen eben ja dann so diese ganzen, dieser ganze Druck genau daher, ne? Und, klar, wie… Kommt der Druck durch die Biologie oder kommt der Druck dadurch, dass man das ausspricht, wie die Biologie potenziell ist? Sowohl als auch, also, ich meine, auf faktischer Ebene durch die Biologie, aber auf mentaler Ebene und Stress im Kopf natürlich auf, auf Ebene von, wie wird damit von außen umgegangen? Was wird uns suggeriert von außen? Wie reagieren die Leute auf eine ledige, kinderlose Frau mit Anfang 30, ja? Mit sozusagen Abweisung und so, wach! Und da kommt es aber auch drauf an, wo du bist. Also sage ich dir auch, hier in Köln, in Berlin, pff, ist das für gar kein, gar kein Thema. Ja, also da geht, da guckt dich keiner komisch an und sagt, ach, das ist aber krass. Ja, gehst du wiederum jetzt in irgendeine Kleinstadt oder vielleicht sogar da, wo ich geboren bin, in Saarland, hey, liebe Grüße? Da ist es nochmal ein bisschen was anderes. Also da, das sehe ich ja selbst an den Leuten, die mit mir da zur Schule gegangen sind, die da geblieben sind, die nicht in die große Stadt gegangen sind, die ihr Leben vielleicht anders gestaltet haben. Da ist Kinder heiraten, Häusle bauen, ist das Ding. Nicht nur, natürlich gibt es auch Ausnahmen, aber rein von der, ne, von der Tendenz auf jeden Fall. Und da fühle ich mich, muss ich ehrlich sagen, dann schon so ein bisschen, wenn ich da hinkomme, zu Besuch. Und dann bist du die, ah ja, die aus Köln, ne? Hier, die Duftstallistin, alte. Wie würdest du dir denn wünschen, dass es ist? Ich würde mir wünschen, dass auf mehreren Ebenen Frauen mehr Perspektive in dem Bereich angeboten wird oder dass wir lernen oder dass es normaler wird, normaler wird, dass man auch als Frau Anfang 30 vielleicht noch keine Kids hat. Dass es auch total okay ist, dass es, aber auch im Andersrum, im Beruflichen, weil, ne, ich hole nochmal aus. Eigentlich ist das Problem ja folgendes. Wir als Frauen haben immer intern das Gefühl, ich muss mich entscheiden. Entweder Karriere oder Kind. Woher kommt das? Das kommt daher, dass einer Frau mit Kind oft nicht zugetraut wird, dass sie Karriere machen kann. Oder dass ihr die Möglichkeiten nicht eingeräumt werden, ne? Also, dass du halt dann eben, ähm, klar, ist ja natürlich, du musst erst mal viel Zeit am Anfang, wenn es ein Säugling ist, braucht das die Mutter. Und klar, du bist erst mal mehr raus als ein Mann, weil das Neugeborene, die Mutter, körperlich mehr braucht als den Mann. Klar, daraus bedingt hat sich, ne, ist es natürlich so, dass für einen Mann ist es gar kein Problem mit Kind, weil er wird ja körperlich nicht gebraucht. Als Frau bist du da natürlich erst mal ein bisschen raus, aber ich würde mir einfach für die Zukunft wünschen, dass da auch am Arbeitsplatz mehr Freiraum geschaffen wird, dass der Wiedereinstieg für Frauen leichter gemacht wird. Dass es nicht heißt, hm, ah, sie sind jetzt schwanger, hm, hm, ne, zack. Und dann, klar müssen die Firmen gucken, dass die Stelle in dem Moment neu besetzt wird erst mal und so. Das muss aufgefangen werden und ich weiß, dass das alles nicht einfach ist, weil wir aus Jahrhunderten und Jahrtausenden von Strukturen kommen, in dem es einfach so war, dass die Frau, ne, hat sich um die Kids gekümmert und der Mann hat das Geld verdient. Aber jetzt ist das anders. Wir haben Frauen, die Schulbildung haben, die studieren, die Berufe haben und jetzt sind wir an dem Punkt. Und das ist gerade dieser, 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 glaube ich, jetzt wird es schwierig, weil jetzt sind wir auf dem Weg dahin, Gott sei Dank, dass Frauen ihren Mann stehen, in Anführungszeichen. Anführungszeichen, ja, also dass Frauen genau so beruflich, finanziell von ihrer Ausbildung her dastehen, wo Männer stehen, oftmals. Also es ist noch Luft nach oben und manchmal, es ist immer noch bestimmt für eine Frau schwieriger, in diese Position zu kommen, aber es gibt sie. All meine Freundinnen sind in wirklich Positionen und Berufen, ja, die bräuchten keinen Mann mehr. Wir brauchen keinen Mann mehr. Ja, das klingt jetzt hart und ich formuliere das ganz bewusst so hart, aber wir sind jetzt an einem Punkt, zumindest in Deutschland, in einer gewissen Bildungsschicht und so weiter. Also ich rede nicht für die gesamte Welt, ich rede jetzt so für meinen Mikrokosmos. Meine Freundinnen, die Frauen, die ich kenne, sind mittlerweile an dem Punkt, an dem sie keinen Mann mehr bräuchten. Finanziell. Finanziell. Finanziell, von dem, was sie können, ja, ist ja mal ganz blöd gesagt, meine Oma hatte keinen Führerschein, die konnte kein Auto fahren, die, die, die konnte keine, die hätte niemals gewusst, wie sie, wie sie ein Bankkonto eröffnet. Ich habe jetzt mal ganz doof gesagt, die Frauen waren damals ja so isoliert von all diesen Männersachen und Geschäften und so, die konnte das nicht. Nicht, weil sie nicht wollte, sondern weil sie einfach überhaupt nicht in der Struktur groß geworden ist. Und jetzt gibt es diese Strukturen und genau, jetzt sind wir finanziell teilweise wirklich unabhängig und stehen an solchen Punkten, wie die Männer auch. Und jetzt kommen wir zu dem Problem, an dem wir denken, Alter, ich habe eine verdammte Top-Management-Position bei einer riesen Firma. Ich habe 400 Leute unter mir. Ich verdiene 8000 Euro netto im Monat. Wenn ich jetzt ein Kind bekomme, was passiert dann? Ich habe jahrelang darauf hingearbeitet, so wie Männer auch, weißt du? Verstehst du das Problem? Ich verstehe das Problem total. Die Frage, die ich mir stelle, ist, sind die Frauen heute quasi deine Freundinnen und dein Umfeld? Seid ihr glücklicher, als eure Omas damals waren? Oh, da muss ich ganz kurz einen Schluck trinken. Ich stelle dir das Wasser mal ein bisschen weiter rüber zu dir. Danke. Jetzt wird es, jetzt wird es, jetzt wird es, jetzt wird es hier brenzlig. Nein, das ist eine sehr, sehr gute Frage, Ben. Und kein Witz, ich habe da auch schon oft drüber nachgedacht. Denn manchmal bin ich ehrlich, bin ich an dem Punkt, mit all den tausend Entscheidungen, die ich treffen muss, mit all der Verantwortung, die ich alleine tragen muss, mit all den Facetten, die ich haben muss, die Frau, die weibliche, sanfte, die Liebe, die harte, die taffe, die, die alles im Griff hat, die, die alles regelt. Und das alles zu sein und dann irgendwann noch die Mutter und die Karrierefrau und noch schön und trainiert und stark und dies und das. Es sind so viele Rollen und da gebe ich dir recht, dass ich manchmal denke, oh mein Gott, ich weiß gar nicht, was bin ich jetzt und wer bin ich jetzt? Und manchmal will ich doch einfach auch nur mich anlehnen und sagen, oh Gott, bitte, hilf mir jemand, es ist gerade alles zu viel. Ich bin ganz, ganz ehrlich zu dir und ich weiß, dass das in diesen ganzen Feminismusdebatten vielleicht schwierig ist, solche Aussagen zu treffen. Aber wenn ich persönlich ganz ehrlich bin, gibt es manchmal den Punkt, an dem ich denke, boah, ich würde mir jetzt wünschen, dass mir das jemand mal abnimmt. Und von dem her, um deine Frage zu beantworten, ja, man sehnt sich manchmal vielleicht nach ein bisschen Hilfe oder mal nach Support, wenn man das alles irgendwie alleine machen muss. Aber nein, ich wollte nicht mit der Generation vor uns tauschen, denn ja, es war ein, also es war strukturierte, du hast früh geheiratet, du hast Kinder bekommen, du hattest deine Familie, du hast dich um den Haushalt gekümmert, Punkt. Das macht es irgendwo einfacher und bei all den Entscheidungsmöglichkeiten, die wir haben, das macht es auch nicht immer leicht. Gott, das Thema ist so groß, auch Partnerwahl und so und Instagram, Social Media, es gibt immer noch was Besseres, einen besseren Job, noch mehr Geld, einen besseren Partner. Und früher war das bestimmt simpler. Da gab es den einen gut aussehenden jungen Mann im Dorf. Wenn du Glück hast, hast du den geheiratet und dann war es das. Und dann gab es irgendwann mal noch das Dorffest nebenan und da hast du noch einen anderen Hübschen gesehen. Und dann sagst du, ach, es gibt ja noch einen anderen schönen Mann und jetzt, wir haben so viele Möglichkeiten und das macht es oftmals schwer. Aber ich bin trotzdem dankbar für diese Möglichkeiten. Und ich habe an den Frauen in meiner Familie auch gesehen, dass es nicht einfach ist, in solchen Strukturen zu sein und dass es viele ungelebte Träume gegeben hat, viele Unterdrückungen gegeben hat, viel Selbstaufgabe gegeben hat für die Familie, für die Kinder, für den Mann. Sich selbst immer zurückstellen, die eigenen Wünsche, das eigene Verwirklichen. Und dafür bin ich sehr froh, dass ich das jetzt anders machen darf. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass wir es für die Zukunft hin schaffen, die Selbstverwirklichung von uns Frauen so zu untermauern und zu integrieren, in die Normalität einfließen zu lassen, sodass wir irgendwie neue Wege finden. Wie kriegen wir das jetzt alles hin mit Familie und Kids und die Rolle der Frau und trotzdem die Geschäftsfrau? Also ich habe selbst keine Lösung gerade noch nicht dafür parat, aber das wäre mein Wunsch, dass wir da Wege und Mittel finden, wie man damit besser umgehen kann. Aber es ist sau schwer, keine Ahnung. Also die Frage war ja, sind die Frauen heute, die Karrierefrauen glücklicher als ihre nicht karrierefähigen Omas? Und wenn ich deine Antwort richtig interpretiere, hast du Folgendes gesagt. Ich sage mal nichts zum Glück und wer glücklicher ist, aber damals gab es Möglichkeiten nicht und es ist besser, Möglichkeiten und Freiheiten zu haben, als sie nicht zu haben. Potenziell sind wir aber heute unglücklicher. Dieses potenzielle Unglück möchte ich aber nicht damit verbinden, dass sozusagen Freiheiten und Möglichkeiten mich unglücklich machen. Habe ich das richtig zusammengefasst slash etwas überspitzt interpretiert? Ja, das hast du. Ja, hast du. Und deswegen, ich finde diese Frage wahnsinnig schwer zu beantworten, vor allen Dingen knapp und kurz zu beantworten, weil am Ende muss jede Frau für sich selbst entscheiden, womit bin ich glücklich? Was brauche ich? Es gibt auch viele Frauen, die gar keine Karriere unbedingt wollen. Die sagen, um Gottes Willen, ich will gar nicht. Ich bin froh, so wie es bei mir ist. Was denkst du denn über so Freunde, die jetzt nach Hause fährst ins Saarland? Und du triffst jetzt eine alte Schulfreundin von dir und die hat, ich sage mal, mit 27 das erste Kind oder vielleicht mit 25 und ist so alt wie du, hat aber drei Kinder, ein Haus, aber keine Karriere und sagt, ich bin einfach Hausfrau. Was denkst du über die? Manchmal beneide ich sie. Manchmal denke ich, also wenn sie so glücklich ist, wenn sie mir das, also wenn sie sagt, für mich gibt es nichts Schöneres als das, dann wirkt die für mich sehr, dann hat sie das, was mir manchmal fehlt. Dieses Angekommene, wo ich das Wort angekommen hasse, man kommt nie an, man kommt dann an, wenn man verstanden hat. Im Saar, im Saar kommt man schon. Genau, da kommst du an, aber du weißt, was ich meine. Also manchmal beneide ich sie und freue mich für sie. Aber dann stelle ich mir die Frage, wenn du jetzt mit dem Finger schnipsen könntest und du wärst in ihrer Situation, es wäre möglich, du könntest das jetzt machen, würdest du es tun? Und meine Antwort ist ganz klar nein. Und deswegen freue ich mich für sie und natürlich gibt es einen kleinen Anteil in mir, der denkt, das ist auch schön, aber das bin nicht ich. Deswegen bin ich auch nicht da, sondern deswegen bin ich jetzt hier, wo ich bin, weil ich nicht so bin oder nicht so bin, weil das nicht mein Weg war bis jetzt. Warum nicht? Weil ich, weil ich ein krass, ich würde, freiheitsliebender Mensch bin, freigeistig bin, unkonventionell bin, bisschen alternativer bin. Ich habe andere Ansätze, andere Weltanschauungen vielleicht teilweise. Ich erwarte mehr von mir. Ich bin sehr zielstrebig, sehr ehrgeizig, sehr, ich, mein größtes Ziel war es immer, unabhängig zu sein. Vielleicht auch, weil ich eben teilweise gesehen habe, dass es schwierig sein kann, von Männern abhängig zu sein. Und vielleicht sind das auch Glaubenssätze, mit denen ich groß geworden bin. Meine Oma hat immer zu mir gesagt, mach nicht den gleichen Fehler wie ich, heirate nicht so früh und häng dich nicht an den Mann. Also, sei nicht abhängig. Damit bin ich so groß geworden, mit diesem, sei selbstständig, für dich verantwortlich. Und das hat mich sehr geprägt. Und ich habe das einfach, ich kann es gar nicht genau sagen, ich bin einfach so ein, ich wollte gerade sagen, Hans gucke in die Luft. Nein, aber ich mag einfach, ich mag es frei zu sein, ich mag mein eigenes Ding zu machen. Vielleicht bin ich teilweise auch zu egoistisch gewesen. Vielleicht bin ich teilweise zu sehr auch darauf fixiert gewesen, was will ich? Oh, ich will noch dahin, dies machen, das machen, jenes machen, Selbstverwirklichung und so weiter und so fort. Was ist so schlimm daran oder wäre so schlimm daran, abhängig zu sein? Das Gefühl zu wissen, ich bin abhängig von etwas, beklemmt mich und macht mir Angst. Denn wenn ich von etwas abhängig bin, heißt es gleichzeitig im Umkehrschluss, dass wenn das nicht mehr da ist, bin ich nicht mehr funktionsfähig in der Art, wie ich es jetzt bin. Und ich finde, eine Beziehung kann ein Add-on sein, etwas, was mich noch besser macht, was mich noch mehr antreibt, was mich stützt, was mich ruhiger macht. Ich muss aber vorher selbst dafür Sorge tragen können, dass ich das auch mit mir alleine gewährleisten kann. Sowohl finanziell als auch mental für mich. Ja, da gibt es nicht einen Unterschied zwischen abhängig sein und eine hilflose Person sein. Das ist jetzt wahrscheinlich die Frage, wie man abhängig, wie definierst du abhängig? Vielleicht haben wir auch eine unterschiedliche Definition von Abhängigkeit. Ich glaube, das ist quasi, es gibt nicht nur abhängig und nicht abhängig, sondern es gibt sozusagen ein Spektrum. Man kann komplett abhängig sein von jemandem finanziell, ich wohne bei dem im Haus, der bezahlt alles für mich, ich kann nichts, ich habe keinen Schulabschluss und wenn der sich von mir trennt, ist mein Leben vorbei. Also muss ich alles tun, was ich kann, um mit dem zusammenzubleiben, weil das ist einfach das Allerschrecklichste, was passieren kann, dass der sich von mir trennt, weil dann ist mein Leben vorbei. Und dann gibt es aber potenziell Abhängigkeiten, wenn man sagt, pass auf, wir sind jetzt in einer Beziehung und kaufen uns zusammen ein Haus. Das könnten wir uns alleine jeder nicht leisten, aber gemeinsam schaffen wir das. Und wir sind abhängig voneinander, es ist nicht eine einseitige Abhängigkeit, sondern sagen, hey, lass mal ein Team machen. Und als Team sind wir abhängig. Wenn du in einer Fußballmannschaft spielst, ist jeder von der Mannschaft abhängig und von sich gegenseitig. Von daher wäre die These, ist Abhängigkeit wirklich immer etwas Schlechtes und sollte Freiheit über alles gehen? Okay, gut, dass wir dann aber über die Definition von Abhängigkeit gesprochen haben, denn für mich in meinem Kopf gerade war Abhängigkeit, gerade in diesem Mann-Frau-Kosmos wirklich, ich bin, so wie es jetzt vielleicht bei meiner Großmutter damals war, wenn dieser Mann mich verlässt, dann habe ich überhaupt gar keine Möglichkeiten mehr. Genau. Wenn es aber so ist, wie du sagst, dass es eine gegenseitige, eine schöne Art vielleicht auch von Abhängigkeit ist, ein Zusammenspiel ist, dann sehe ich da überhaupt nichts Schlechtes dran. Und dann bin auch ich gerne, in Anführungszeichen, abhängig. Soran hatte ironischerweise, um da Soran zu zitieren. Oh Gott. Ja, oh Gott. Oh, du glaubst du. Du kennst ja Soran auch ein bisschen. Und Soran hat gesagt, Liebe ohne Abhängigkeit ist unmöglich. Und danach zu streben, totale Freiheit zu haben und lieben zu können, sei unmöglich. Das lasse ich kurz sacken, wie immer, wenn Soran was sagt. Man braucht immer so fünf Sekunden. Ja, okay. Okay, interessante These, interessante Aussage. Und gebe ich dir oder ihm sogar teilweise recht, muss ich sagen. Ich glaube, Liebe ist ein Gefühl, das abhängig macht. Ja, also das ist eine Droge. Ja, Liebe, verliebt sein ist etwas, was mir auch wirklich, ja, wenn du chemische Prozesse in deinem Körper betrachten würdest, mit Sicherheit ein Gefühl von, oh mein Gott, ja, von Freude, von Glück, von Dopamin und so weiter Ausschüttung macht. Und klar, ich glaube schon, dass Liebe immer dafür sorgt, dass wir irgendwie abhängig sind. Es darf nun ein gewisses Maß einfach nicht überschreiten. Also ich kann es so schlecht in Worte fassen, aber ich habe immer furchtbare Angst davor, so stark von jemandem oder einem Umstand abhängig zu sein, dass ich ohne den danach komplett in mir zusammenbreche. Weißt du? Verstehe ich. Ja, genau. Und ich glaube aber trotzdem, natürlich macht eine Beziehung abhängig. Aber auch, wie du sagst, auch vielleicht auch auf schöne Arten und Weisen. Man kann besser mit schlafen, wenn derjenige da ist, weil es einfach schöner ist. Man genießt einen Sonnenuntergang vielleicht mit der Person noch viel intensiver als alleine und so. Natürlich, das ist eine Form von Abhängigkeit, aber eine schöne Form von Abhängigkeit. Wenn es aber keine schöne Form von Abhängigkeit ist, wenn ich, ja, eben, sei es jetzt mal finanziell oder auch wirklich, wenn ich so emotional kontrolliert bin von meinem Gegenüber, wenn ich Dinge mit mir machen lasse, die ich gar nicht möchte, wenn ich mich schlecht behandeln lasse, wenn ich mich betrügen lasse, verarschen lasse, schlagen lasse, aufgrund von dieser Abhängigkeit, dann ist es etwas, was ich immer versucht habe zu vermeiden, was mir aber auch nicht immer in meinem Leben gelungen ist. Überhaupt nicht. Ich war auch schon sehr abhängig von Beziehungen. Und vielleicht ist das der Grund, weshalb ich heute so dagegen oder das so ein bisschen Respekt davor habe. In was für einer Situation warst du da so abhängig? Also ich habe auf jeden Fall schon Beziehungen in der Vergangenheit geführt, in denen ich mich komplett selbst aufgegeben habe und so abhängig emotional von einem Menschen war, weil es so, ich weiß gar nicht, wie manche Leute das schaffen. Die sind Künstler von kleinen Psychotricks und Spielchen. Und ich habe mich behandeln lassen völlig fernab von dem, wie man sich behandeln lassen sollte. Und das aufgrund der Tatsache, dass ich nicht mehr ich selbst war. Diese Abhängigkeit war so stark wie bei einer Droge. Du bist irgendwann nicht mehr Herr deiner Sinne. Du machst Dinge, die du sonst ohne diese Abhängigkeit nie getan hättest. Vielleicht. Glaubst du, dass das pathologisch war? Ich glaube einfach, dass es Menschen gibt, die sehr gut darin sind, dich zu manipulieren. Ob bewusst oder unbewusst, ob sie das jetzt bewusst machen oder einfach aufgrund ihrer Art und Weise. Aber typisches Beispiel, Narzissten, die es schaffen, dich so krass einzulullen, einzubetten in all deine Wünsche und Träume, dir zu spiegeln, dich so zu catchen, dich so abhängig von sich zu machen, weil sie dir dieses unglaubliche Glücksgefühl schenken. Ja, wie Heroin. Du hast das Gefühl, du bist unsterblich verliebt. Ich habe noch nie Heroin Gott sei Dank ausprobiert, aber ich weiß von Menschen, die Heroiner waren, dass es das krasseste Gefühl dir gibt von Liebe und wow, alles ist so toll. Und es gibt Menschen, die geben dir das, dieses ganz extreme High, weißt du? Und du willst das immer wieder haben, aber die geben dir auch das ganz extreme Low. Die geben und die entziehen und dieses krasse Gegensätzliche sorgt dafür, dass du dich komplett selbst darin verlierst und dann alles dafür tust, um wieder dieses High zu bekommen. Bloß wieder dieses High, bitte nicht wieder dieses Low. Und dann kommt das nächste High und daran hältst du dich fest. Aber das sind so wenige Highs im Vergleich zu den Lows. Und ich habe einfach gelernt, dass diese High-Low-Beziehungen nicht gesund sind. Dass es viel schöner ist, eine Konstante zu haben, eine ruhige Beziehung zu haben, natürlich auch mit. Klar, es geht immer mal auf und ab, aber diese Abhängigkeit möchte ich nicht mehr spüren. Dieses Gefühl von, oh Gott, ich zerbreche innerlich ohne diesen Menschen. Ich kann nicht leben ohne diesen Menschen, weil das stimmt nicht. Du hast gesagt, dass es mehrere so Beziehungen gab? Vor allen Dingen eine, würde ich sagen. Also zwei, also meistens passiert mir der gleiche Fehler nicht zweimal, aber manchmal eben schon. Ist aber schon lange her. Ich war da bei der ersten Beziehung noch sehr, sehr jung. Die ging sehr lange, sechs Jahre. Wie alt warst du noch? Fünfzehn. Oh krass. Ja, also fünfzehn bis, ne, aber von mir stimmt gar nicht, mit neunzehn habe ich mich getrennt. Also ja, vier Jahre. Erster Freund, erste Liebe. Wie alt war der? Ein Jahr älter als ich, also nicht viel älter. Und das war das erste Mal, dass mir das so wirklich so krass passiert ist. Also wo mich Freunde nicht mehr erkannt haben, teilweise wirklich. Also wo sich Freunde auch von mir abgewendet haben. Weil du fängst irgendwann an, die Person sogar noch in Schutz zu nehmen und nicht darüber zu, also ja, du fängst an so ein, du schämst dich so dafür, wie der dich behandelt, dass du nach außen hin versuchst, das natürlich zu vertuschen und so weiter und so fort. Aber trotzdem ist das meinen Freunden natürlich aufgefallen. Long story short, ich habe einfach schon zweimal eben diese, zum Thema Abhängigkeit, diese Abhängigkeit gespürt. Und das ist nicht gesund. Für mich war das nicht gesund. Glaubst du, oder anders formuliert, wo glaubst du, war deine Eigenkomponente in diesem Spiel? Ich, jetzt sage ich was, naja, die hat es ja mit sich machen lassen. Die ist ja selbst schuld. Das hört man ja ganz oft, das hört man ja auch in Beziehungen, wenn eine Frau körperliche Gewalt erfährt oder so, dass viele sagen, naja, aber warum geht sie denn nicht einfach? Das heißt also, theoretisch könnte ich jetzt deine Frage beantworten mit, naja, meine eigene Komponente daran war, dass ich es habe auch mit mir machen lassen und mich nicht daraus gezogen habe. Das ist aber einfacher gesagt als getan, denn wenn du in dieser Konstellation bist, ist es sehr schwer, dich daraus zu ziehen. Und das passiert den stärksten Frauen, den selbstbewusstesten Frauen. Auch die kommen manchmal an, geraten an Partner oder Partnerinnen, die sie brechen, die diese starke Frau schaffen zu brechen. Und meine eigene Komponente war, ich habe mich wahrscheinlich selbst noch nicht genug lieb gehabt. Heute würde mir das nicht mehr passieren. Ich habe mich selbst mittlerweile lieb und ich habe sehr viel Respekt vor mir selbst. Und wenn jemand das nicht dementsprechend sieht und mich dementsprechend behandelt, dann lasse ich das einfach nicht mehr zu. Und damals habe ich es zugelassen, weil ich unsicher war, weil ich nicht selbstbewusst genug war vielleicht, weil ich noch nicht ju wüsste, wer ich bin und weil ich ein junges, verliebtes Mädchen war. Und jetzt bin ich einfach erwachsener geworden, stärker geworden. Heißt nicht, dass das auch nicht für Erwachsenen, super gestandenen Frauen passieren kann, ne? Glaubst du, dass Stärke der Grund, also der fehlende Stärke sozusagen Schwäche, der Grund ist, um in so eine Beziehung zu geraten? Ich glaube nicht, dass das fehlende Stärke der Punkt ist. Ich glaube, das fehlende, ja, die fehlende, ich weiß nicht, ob Selbstliebe das richtig sucht, gerade nach einem richtigen Wort, aber all die Frauen, die ich sehe, denen sowas passiert, die haben das Gefühl dafür verloren, wer sie eigentlich sind und für was sie eigentlich stehen und wie großartig sie sind. Ich sehe bei diesen Frauen die Unsicherheit und das Gefühl von, aber der ist, aber ich muss dem doch gefallen, ich muss noch irgendwas machen, damit er mich endlich gut behandelt. Was muss ich denn jetzt tun? Und die versuchen alles Mögliche und am Ende könnten sie machen, was sie wollen. Das würde nicht funktionieren, weil der Typ einfach, weiß ich nicht, Probleme mit sich selber hat. Das ist ja das Ding, ja, also das steht hier auf meiner Hand. In lakish alakin, das heißt, ich bin dein anderes Du und du bist mein anderes Ich. Das heißt, wenn ich in einer Beziehung bin mit einem Menschen, der mich so schlecht behandelt, dann ist das, weil der sich selbst auch furchtbar schlecht behandelt. Weil er sich selbst nicht lieb hat, weil er selbst vielleicht aufgrund von Erfahrungen früher in der Kindheit, Traumata, was auch immer, nicht in der Lage dazu ist, mich zu lieben. Bedeutet aber auch, wenn ich mich dann auch eben nicht selbst genug liebe und genug Selbstrespekt vor mir habe, dann befinden wir uns in dieser Abhängigkeit, ja, dass wir, dass ich mich davon abhängig mache, immer wieder seine Liebe irgendwie zu bekommen, die er mir aber nie richtig geben kann, weil er sich auch selbst nicht richtig liebt. Und dann haben wir zwei Menschen, die nicht in der Selbstliebe sind und dann haben wir ein Problem. Und das heißt, es hat nicht unbedingt mit Stärke oder Schwäche zu tun, sondern es hat damit zu tun, wie ich mich selbst sehe und wie ich selbst mit mir ganz tief, wenn ich ganz alleine mit mir bin, umgehe. Verstehe ich. Verstehst du? Ja, verstehe ich. Das ist ehrlich gesagt sehr, sehr gut. Ja. Viel, viel besser, als du vermutlich vermutest, dass ich das verstehe. Habe ich da einen wunden Punkt gedrungen? Nicht unbedingt einen wunden Punkt, aber tatsächlich, also es ist jetzt nicht so, als hätte ich noch nie eine Beziehung gehabt. Nee, klar. Und würde aber dann dich mal fragen wollen, nochmal, du hast jetzt viel über Frauen gesprochen, die von Männern misshandelt werden. Glaubst du, dass das ein, dass es, dass diese Geschlechterrollenverteilung immer so ist oder glaubst du nicht, dass es auch andersrum sagt? Nein, es gibt riesen Arschlöcher unter Frauen auch. Also, weißt du, es gibt auch, es gibt auch Frauen, die sich absolut, die, die, die sich Männern gegenüber beschissen verhalten. Na klar. Und ich würde überhaupt nicht sagen, oh, wir sind die armen Unschuldsleimer und wir sind immer das Opfer und die Männer sind immer die Bösen. Das stimmt überhaupt nicht. Natürlich gibt es auch Frauen, die, die, die Männer schlecht behandeln. Wusstest du, Side-Fact, dass mehr Frauen Männer schlagen als Männer Frauen? Ja. Habe ich schon gehört, ja. Weil, aber da wird natürlich nicht so viel, ne, das wird natürlich, fällt nicht so stark ins Gewicht, weil natürlich ja immer jeder glaubt, na ja, es ist ja jetzt was anderes, wenn ich mit 52 Kilo, einem 90 Kilo Typen eine Knall als andersrum. Stimmt ja auch, ist ja wahrscheinlich auch so, aber emotional und psychisch belastend ist es mit Sicherheit für den Mann auch ganz, ganz schlimm. Vielleicht nicht, vielleicht nicht körperlich so schlimm, aber psychisch auf jeden Fall. Mega, mega. Das ist das tatsächliche Problem, wenn Frauen Männer schlagen. Du darfst nicht zurückschlagen. Das ist, ja, das ist das eine. Und, aber Frauen üben aus meiner Sicht anders Gewalt aus. Sondern wenn Frauen untereinander Stress haben, dann kloppen die sich ja nicht. Das ist ein Psychokrieg. Und, weil die Frauen eben das körperlich schwächere Geschlecht sind. Das sind einfach so. Unter Männern, wenn man das klärt, dann klärt man das vor der Tür. Unter Frauen wird keine Frau in der Kneipe sagen, pass mal auf, wir gehen jetzt mal raus, Mädchen. Wir hauen uns mal und dann tragen das wieder. Und das heißt, die normale Form der weiblichen Gewalt ist, nennen wir es mal Psychokrieg. Und eine Frau schlägt halt tendenziell nur dann, aus meiner Sicht, wenn der Psychokrieg selbst das nicht mehr funktioniert. Das heißt, ein Mann, der von seiner Frau geschlagen wird, hat ein ziemlich scheiß Leben. Weil der hat ziemlich viel Psychokrieg. Und wenn selbst der nicht mehr funktioniert, kriegt er. Also ich war auch mal in so einer Beziehung. Und ja, es gab da tatsächlich das eine oder andere Mal auch tatsächlich Gewalt gegen mich. Und zum einen dachte ich, kann ich nicht zurückschlagen. Aber das Subtile war die psychische Gewalt. Weil, zack, habe ich einen mir gefangen. Und nicht nur eine gefangen, sondern mit dem Satz dazu, was bist du denn für ein Mann, dass du dich von einer Frau schlagen lässt. So, und was machst du da? Du bist halt in deiner tiefsten Identität angegriffen. Du bist gerade geschlagen worden. Du kannst dich nicht wehren. Du bist mehr oder weniger, du bist, ich war, völlig aufgeschmissen und relativ los. Es gab nichts, was ich tun konnte. Und das nur mal so als männlichen Gegenpol. Und auch zum Thema, ja, ich verstehe, wie das ist. Und ich verstehe auch, dass man da nicht unbedingt einfach rausgehen kann. Ich glaube aber auch, dass es in solchen pathologischen Beziehungen nicht den einen gibt, der böse ist und der andere, der komplett in sich ruht und ein Opfer des anderen wird. Sondern ich sehe das ähnlich wie du, dass diese Eigenkomponente, wenn man sich versucht, bei mir war es damals so, ich, ja, Selbstliebe finde ich auch ein schwieriges Wort, aber ich habe mir versucht, Bestätigung und Akzeptanz im Außen zu holen, eine sehr schwierige Partnerin dafür ausgesucht und gesagt, okay, wenn die mich cool findet, dann bin ich wohl ein cooler Typ. Und halt sozusagen das schwierigste Projekt, die, die mich am wenigsten mag, so mit der will ich zusammen sein. Und das hat auch dann geklappt, nicht für ewig natürlich, aber es ist eine schwierige Zeit, kann ich dir sagen. Ja, also klingt, klingt so, klingt, klingt, klingt schwierig und wie gesagt, also die Opferrolle nur bei der Frau immer wieder anzusiedeln, ist mit Sicherheit nicht realitätsgetreu und in der Realität gibt es viele Männer, die genauso Opfer sind. Ja, Punkt. Sorry, jetzt komme ich hier mit meinen, meinen harten Männer sind … Nee, 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 ich denke gerade darüber nach, das ist ja das Schöne hier bei dem Podcast, das ist ja alles so live und manchmal braucht man auch mal so eine Sekunde, um das mal sacken zu lassen und tatsächlich sieht man das ja immer nur aus seiner eigenen Perspektive und wenn man das jetzt mal so andersrum von dir hört, dann ist das natürlich auch echt, ja, krass und etwas, was man in der eigenen Lebenswelt nicht so oft sieht und nicht so oft mitbekommt. Aber ja, also Menschen können sehr, sehr scheiße sein, egal ob es Männer oder ob es Frauen sind und ich glaube, so kann man das stehen lassen. Nur dass aufgrund von eben, ja, gesellschaftlichen, historischen und sozialstrukturellen Gegebenheiten ist es uns Frauen tatsächlich einfach doch immer noch ein bisschen schwerer gemacht worden oder, wie soll ich sagen? Was genau ist euch schwerer gemacht? Naja, also ich glaube einfach, dass die Rolle der Frau und das damit, wo wir eben alle mit zu kämpfen haben, ja doch tendenziell immer unterdrückt war. Also der Mann war, aber das heißt auch nicht immer, und da muss ich jetzt auch nochmal dazu sagen, auch die Rolle des Mannes finde ich nicht immer leicht. Auch die damalige Rolle, die Rolle des starken Beschützers, des eiskalten, emotionslosen, nie weinenden, sanft, niemals sanft sein dürfenden Mannes, das ist auch hart. Nämlich, ne, wo wir jetzt gerade bei dem Thema sind, Mann und Frau und dass es da auch Opferrollen auf Männerseite gibt. Ne, also das, das stimmt schon, das möchte ich auch, ich möchte auch gar nicht so sagen, so, ha, ha, wir Armen, das hasse ich sowieso. Ja, ich würde, ich bezeichne mich auch nicht als Feministin, aber nur aus dem Grund, weil ich immer nicht dieses, ich selbst neige, ich hasse es, immer in diese Opferrolle zu gehen, ja. Ja, aber das sprengt jetzt den Rahmen, da könnte ich jetzt noch viel mehr dazu sagen, aber deswegen, ich will gar nicht mich auf den Rücken legen und sagen, wir Armen, Männer haben genau auch wirklich Struggle oft und müssen Kämpfe kämpfen, die sie vielleicht gar nicht kämpfen wollen und Rollen und Bilder ausfüllen, die sie vielleicht auch gar nicht ausfüllen wollen. Und das kann genau auch hart sein, natürlich genauso wie bei uns, aber ich meine, das muss ich dir nicht erklären, dass es, dass es, ja, dass Frauen weniger Rechte hatten, dass Frauen weniger Möglichkeiten hatten, dass Frauen einfach, ja, das unterdrücktere und weniger freie Geschlecht einfach waren. So, Punkt, das steht einfach fest. Die Frage ist, wie ist das denn heute? Sind die Frauen immer noch unterdrückt oder nicht? Kommt auch immer drauf an, wo gucken wir hin, ne, wenn du jetzt in den Sudan gehst oder so. Keiner von uns wohnt im Sudan, ne? Ne, keiner von uns wohnt da, aber, ne, das muss man differenzieren, die Rolle der Frau, an welchem Ort auf dieser Welt. Gehen wir jetzt von der Rolle der Frau hier in Deutschland zum Beispiel aus? Genau, das wäre jetzt die Frage konkret. Genau. Dann glaube ich, dass es hier auch stark von gesellschaftlichen Schichten abhängt. Ich glaube, dass ab einem gewissen Bildungsgrad und gewissen familiären Background ein Großteil der Frauen unabhängig geworden ist. Aber ich glaube, es gibt auch noch gerade etwas in den, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich es sagen soll, aber in den, in den ärmeren, ärmeren Gesellschaftsschichten glaube ich, dass das noch viel häufiger der Fall ist. Ja, bestimmt. Fairerweise kenne ich mich damit wenig aus. Ich finde, also, um da jetzt aufgrundlegend auf diese Feminismusdiskussion zu kommen, ich finde, Gleichberechtigung ist ein total erstrebenswertes Ziel. So, die Frage ist aber, schießen wir nicht übers Ziel hinaus gerade? Und was ich im Gefühl habe ist, oder was ich immer wieder sehe, ist, dass Frauen sagen, ja, wir werden ja unterdrückt. Und da denke ich mir, wo genau heute als studierte Frau in Deutschland werden Frauen unterdrückt? Also, genau, das ist auch so ein bisschen das, was ich sage, es kommt immer so ein bisschen, es kommt immer so ein bisschen auf die gesellschaftliche Schicht an, aber du hast schon recht, wir Frauen, also mir persönlich ist es noch nicht untergekommen. Ich habe mich noch nicht jetzt so wirklich mal in so einem beruflichen Karriere-Kontext unterdrückt gefühlt. Ich hatte noch nie das wirkliche Gefühl, in einer schlechteren Position aufgrund meines Geschlechts zu sein. Das ist sehr privilegiert und damit bin ich sehr, sehr glücklich. Ich weiß aber auch, dass es natürlich auch andere Beispiele gibt. Aber ja, tendenziell sind wir auf einem guten Weg. Ich glaube, dass die Sache ist die, dass wir Frauen, bei uns gibt es so einen Trampelpfad, auf dem wir uns bewegen können. Also, das heißt, der Weg ist frei. Wir können jetzt, wir dürfen jetzt, wir sollen jetzt und machen wir auch. Aber der Weg ist noch nicht so da. Also, das heißt, stell dir vor, ihr Männer, ihr habt eine Autobahn mit Navi, mit Straßenschildern, mit Ausfahrzeichen, weil über Jahrhunderte hinweg für euch dieser Weg geebnet wurde. Diese Straße wurde immer weiter ausgebaut. Das heißt, ihr habt sehr schnelle Wege und Strukturen. Und als Frau ist es jetzt genauso möglich, diese Wege zu gehen, aber es ist noch etwas beschwerlicher. Ja, es gab Frauen, die diesen Weg freigekämpft haben. Wenige, Mutige, die das damals, die das vor einigen, vor vielen Jahren gemacht haben und diesen Weg angefangen haben und mit ihren, ich sage jetzt mal, um bildlich zu sprechen, die mit Macheten den Weg freigekämpft haben und so einen kleinen Trampelpfad gelaufen sind für uns. Und den können wir jetzt gehen. Wichtig ist nur, und das macht es, und das ist, glaube ich, das, was du jetzt als Unterdrückung und die aktive Unterdrückung, gibt es, Gott sei Dank, glaube ich, immer weniger. Ich möchte sie nicht ausschließen. Die gibt es mit Sicherheit auch, hier und da, klar, gibt es überall, aber tendenziell ist der Weg jetzt da. Jetzt muss er eben nur richtig geebnet werden. Jetzt müssen eben auch durch Frauen untereinander, auch durch gewisse Strukturen, so wie Männer ja auch schon seit Jahrhunderten, Geschäfte miteinander machen. Jetzt müssen wir Frauen anfangen und sagen, okay, wir haben jetzt die Ausbildung, wir haben die Jobs, wir haben das alles. Jetzt lass uns zusammenarbeiten, füreinander miteinander arbeiten, um auch diese Autobahn zu bekommen, wie die Männer sie haben. Und dann, glaube ich, wird es immer, immer einfacher und leichter. Die Autobahn, siehst du die Autobahn für Frauen heute noch nicht? Nee, ich sehe keine Autobahn. Also, es gibt, es gibt Wege, aber definitiv, wenn du dir anguckst, als Frau, ich sage mir jetzt mal ein ganz blödes Beispiel, du gehst als Frau zur Bank, willst einen Kredit. Viel schwieriger als Frau. Echt? Ja, doch. Als junge Frau, also das gibt Statistiken dazu, die kann ich dir jetzt nicht nennen, wirklich nicht, die weiß ich nicht, aber ich habe mich, ich weiß, dass es, dass es prozentual für Gründerinnen immer noch schwieriger ist, Kredite und so weiter zu bekommen. Kommt drauf an, bei welcher Bank, es kommt drauf an, an wen du gerätst. Aber nur prozentual gesehen, natürlich kann es sein, dass ich morgen zur Bank gehe und eine super Beraterin habe, Beraterin vielleicht auch, dann eine Frau habe, die kann aber auch genauso gut ein Mann sein. Ganz ehrlich, ich persönlich kenne so viele unterstützende, großartige Männer und ich will auch überhaupt nicht mit dem Finger auf Männer zeigen und sagen, ihr seid alle böse, gar nicht, liebe Männer. Männer sind ganz toll, ich kenne so viele tolle, unterstützende, großartige Männer, die voll an der Frauenfront gefühlt kämpfen. Aber ich glaube, diese, und deswegen will ich sagen, es gibt Wege auf jeden Fall, aber ich glaube, sie könnten noch besser ausgebaut werden. Aber ist ja ganz klar, Ben, wir haben ja viel weniger Zeit gehabt, diese Strukturen zu bauen. Wir fangen ja jetzt gerade erst an, das heißt, die, die ganzen Jahrhunderte, die ihr uns, die ihr rein zeitlich gesehen, habt ihr uns da ein bisschen was voraus. Aber wenn ich jetzt ja zur Bank gehe und da fragt mich ja niemand, sind sie eine Frau oder ein Mann und dann kriegen, also gibt es da eine Präferenz. Aber es gibt sehr wohl Investmentfirmen, so Venture Capital Fonds, die nur in female-founded Unternehmen investieren und die mich als Mann aktiv diskriminieren, indem sie sagen, nee, du hast das falsche Geschlecht. Und ich höre das von vielen, so von der Influencer und so, ich sage mal aus der Schauspielszene irgendwie, so Moderatoren, die entwickeln Konzepte mit Firmen und dann heißt es, ja, wir haben uns doch für eine Frau entschieden. Und da wird ganz aktiv kommuniziert, wir möchten eine Frau haben und sorry, du hast einfach das falsche Geschlecht. Und da zu sagen, wir als Frauen werden unterdrückt in der heutigen 2022 Welt, ich glaube, wenn du, also ich bin zum Beispiel auch in so einem Unternehmerclub bei IEO, da musst du halt Unternehmer sein, bestimmte Kriterien erfüllen und die suchen händeringend Frauen. Und so die These, in einem Großunternehmen gibt es das Glas-Sealing und das mag auch gerade in traditionellen Unternehmen auch so sein, potenziell, aber nimm mal diesen Unternehmerpfad. Jeder kann BWL studieren, was auch immer, kann zum Notar gehen und sagen, ich möchte gerne GmbH gründen, dann ist der, wenn er rausgeht, die Geschäftsführerin. Als Unternehmerinnen da in dieses Dings zu kommen, ist wesentlich einfach, ist meine persönliche These, die sagen das anders als Mann, weil die Botschaft heißt, wir brauchen Frauen, wir brauchen Frauen, wir brauchen Frauen und die drehen gefühlt jeden fucking Stein um, um Unternehmerinnen zu finden. Und die wenigen, die die finden, sagen, so richtig Bock da immer regelmäßig hinzugehen, habe ich irgendwie auch nicht. Und die Statistik da ist ganz lustig, so in den Akquisegesprächen, ist die Zusagequote der Männer, wenn denen das angeboten wird, ja, wir würden dich nehmen, sagen die alle am Telefon direkt zu. Die Frauen, ja, ich muss mir das nochmal überlegen und melden sich nicht mehr. Ja, so ist, hier sind die Optionen und offensichtlich entscheiden sich, ich sage nicht, dass es irgendwie was Schlechtes oder Gutes ist, sondern vermutlich gibt es Unterschiede zwischen Männern und Frauen, die dazu führen, dass mehr Männer sich zum Beispiel für technische Berufe, zum Beispiel für den Unternehmerweg entscheiden und mehr Frauen für, ich sage mal, Medizin. In der Medizin haben die Frauen die Männer fast verdrängt. Ja, ich habe dazu, nicht eine Theorie, aber was ich dazu sagen möchte, du hast recht, es wird gerade sehr viel sehr aktiv dafür getan und das erweckt manchmal vielleicht auch den Eindruck bei dem einen oder anderen Mann, ey, komm, jetzt gefühlt höre ich nur noch jetzt, hier müssen wir eine Frau, genauso wie du das gerade gesagt und das ist auch so. Und es ist aber auch deswegen, glaube ich, wichtig, weil alles ist immer wie so ein Pendel. Das Pendel ist jetzt über Jahrhunderte in die Männerrichtung geschlagen, ja, und jetzt, damit wir uns in der Mitte einpendeln können, muss es jetzt für mein Verständnis in die andere Richtung einmal ausschlagen. Ja, also das heißt, hier haben wir die Männer an der vordersten Front, hier Chefs, CEOs, Leitung, dies, das, Vorstandsvorsitzender und so weiter und so fort. Und jetzt gehen wir, das Pendel schwingt jetzt, ne, genau, in Führungsetagen, wir brauchen mehr Frauen, die Stelle ist ausgeschrieben für eine Frau. Das machen wir jetzt so, jetzt ist das Pendel hier und ich kann verstehen, dass jetzt auch genau wie es hier eben auch ganz oben auf einer, ne, hier der, 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 der Pol war. Ja, jetzt ist er hier und das ist aber deswegen wichtig, denn wir wollen ja hier hin, in die Mitte. Und deswegen, glaube ich, ist es wichtig, dass es einmal in die andere Richtung ausschlägt und das wirkt jetzt erstmal für euch vielleicht unfair oder so, weißt du. Und ich glaube, irgendwann finden wir uns hoffentlich, und das wäre auch mein Wunsch in der Mitte, der Bessere bekommt den Job. Punkt. Und, das ist meine Meinung, ich will gar nicht aus Mitleid, ah, wir müssen jetzt die Alte einstellen, ey, I don't give a fuck, dann will ich diesen Scheißjob gar nicht haben. Ich komme hier hin und ich bin besser als er und deswegen bekomme ich den Job. Wenn er besser ist, bitte nimmt ihn, bitte. Ich will den Job nicht, das ist das Ding, ich will, dass wir hier in der Mitte sind. Aber du musst eben einmal in die Mitte kommen und deswegen musst du es einmal vielleicht jetzt eben ein bisschen in die andere Richtung ausschlagen. Und dann können wir uns irgendwann da finden und sagen, der Bessere oder die Bessere gewinnt. Und das finde ich super sexy. Und das Pendel muss vorher auf die andere Seite ausschlagen. Schon, weil ansonsten, wenn wir jetzt immer hier sind, ja, und dann, wenn es die Gegenseite nicht gibt, können wir nicht irgendwie in die Mitte kommen. Also zumindest von meinem Verständnis. Wenn du ein Haus kaufst, kaufst du ein Haus mit einem Garten und dein Nachbar grillt in deinem Garten und springt halt über den Zaun und grillt, lädt seine Freunde ein. Sondern sagst du, brennst du, Junge, das ist mein fucking Garten. Ich habe hier für 10 Millionen das Haus gekauft und deswegen grill ich hier und ich mag dich, aber hau aus meinem scheiß Garten ab. Und dann sagt der, pass auf, folgendes, dem, dem, der das Haus vorher gehört hat, der hat immer in meinem Garten gegrillt und der war aber stärker als ich und deswegen konnte ich das irgendwie nicht unterbinden. Und jetzt ist mal Zeit, dass das Pendel auf die andere Seite schlägt und ich muss noch 30 Mal in deinem Garten grillen, weil der, der vorher da war, Privilegien hatte und das musst du jetzt leider aushalten. Schönes Bild, aber jeder hat ja schon mal einen Garten gehabt. Also du hast einen Garten und dein Nachbar hat einen Garten. Es geht ja darum, dass wir keinen Garten hatten. Also, weißt du, also ich verstehe dein Bild. Aber dann, dann nimm das, das, das Bild, da zieht jetzt jemand ein, der keinen Garten gehabt hat und der sagt so, ich, weil ich vorher, weil ich vorher keinen hatte, nehme ich jetzt was von dir. Du hast zwar keine direkte Mitschuld, sondern die Vorvorgeneration sozusagen. Dein Opa hat gemacht, dass meine Oma so ist, wie sie ist und deswegen strafen wir dich jetzt ab und das ist halt Generationengerechtigkeit sozusagen. Aber ich, also ja, okay, ich glaube aber, das ist ja Generationengerechtigkeit, aber ich glaube, es gibt immer noch auch genug, korrigiere mich, wenn ich das jetzt falsch sehe, aber ja, vielleicht bekommst du als Mann jetzt das ein oder andere Mal gesagt, Entschuldigung, die Stelle geht jetzt leider an eine Frau. Ich glaube aber, dass du tendenziell trotzdem noch sehr viele Optionen und Möglichkeiten hast. Also, ich glaube, wir nehmen niemandem etwas weg jetzt. Ich glaube, ich glaube nicht. Also, wenn ich eine Frau ablehnen würde, sagen, pass auf, ich will eher den Mann haben, aber weißt du was, ich glaube, du hast noch echt viele andere Optionen, so käme nicht gut. Das käme nicht gut, aber das ist ja, genau, absolut richtig, aber das ist ja das, was ich mit diesem Pendelding meine. Ich weiß, das fühlt sich jetzt vielleicht auch manchmal, aber das ist so ein bisschen das Leben. Ich glaube, so eine richtig faire, super, für alle Seiten gleichgerechte Regelung zu finden, ist saumäßig schwer. Und ich glaube, wir müssen jetzt, also es klingt so doof, aber vielleicht müssen wir jetzt einmal wirklich, wir müssen da, oder ihr müsst da jetzt vielleicht einmal durch, damit es einfach durchgemischt ist, damit es bunt gemischt ist, dass wir irgendwann eben die Situation haben, dass die Stellen und die Position einfach so gleich verteilt sind, dass es dann wirklich, dann wirklich die ganz faire Chose ist. Und jetzt können wir wirklich, ich sage jetzt mal ganz blöd, jetzt können wir wirklich gucken, wer der Bessere ist, weißt du? Ich sage nicht, dass ich das so unbedingt gut finde, ich sage nur, doch, nein, doch, doch, ich muss mich korrigieren, ich finde, ich glaube, ich finde es gut. Ich glaube, ich finde es gut, dass es jetzt auf der einen, dass es ein bisschen in das andere Extrem umschlägt, weil nur so können wir, ich glaube, dass der eine… Warum können wir das nur so, warum, warum muss es in dir, also wenn man sagt, ich will Gerechtigkeit und man zielt Richtung Gerechtigkeit, man erreicht Gerechtigkeit und sagt, pass auf, weil wir vorher Ungerechtigkeit haben, müssen wir jetzt nochmal Ungerechtigkeit schaffen. Ich weiß. Und dann kommen wir wieder zurück und das Gesamtbild ist aber, das Pendel, ich verstehe, dass es ein schönes Bild ist, aber man sagt, wir fahren jetzt an einen Ort und dann sind wir da angekommen, wir fahren aber nochmal 100 Kilometer weiter, um dann zurückzufahren. Das macht aus meiner Sicht wenig Sinn. Und was würde deiner Meinung nach mehr Sinn machen? Zu sagen, wir sind an einem Ort, es scheint fair zu sein, go for it. Ich gebe dir ein Beispiel, wenn du Medizin studieren willst, dann ist Nummer eins ausschlaggebend die Abiturnote. So, Mädchen haben oder junge Frauen haben im Durchschnitt bessere Abiturnoten als die Jungs. So, dann gibt es den Medizinertest. Das Medizinertest ist so ein an Computer durchgeführter Test über irgendwie zwei Tage Logik, Denken, Sprache, diverse kognitive Skills werden da abgefragt. Und wenn du über den Medizinertest, und der Medizinertest ist halt alle möglichen Fähigkeiten, die du zum Medizinstudium brauchst, werden da sozusagen überprüft. Und die Zulassungskriterien für, wenn du über das Abitur reinkommst, sind, man nimmt den Abischnitt. So, und man guckt halt, die besten Leute, die die besten Abiture haben, kommen da rein. Das sind überwiegend Frauen. Oder junge Mädchen, Frau, das ist einfach das. Bei diesem Medizinertest ist es halt so, da kommt raus, das ist ein neutraler Test, dass die durchschnittliche Frau da schlechter abschneidet als der durchschnittliche Mann. Und dann hat man gesagt, das geht so nicht, weil das wäre ja ungerecht und deswegen kriegen Frauen, und das ist kein Scherz, fucking Extrapunkte in diesem Test, dass das Ergebnis so ist, dass die wieder gleich rauskommen. Das heißt, offensichtlich in diesem sehr komplexen Text, schlauere oder bessere abschneidende Männer werden downgerankt, weil sie keine Frau sind, wogegen im Abitur, wo es andersrum ist, wird gesagt, okay, da sind mehr Frauen, dann nehmen wir die mehr Frauen, anstelle da auf eine Gleichstellung zu gehen und sagen, wir möchten ja über das Abitur 50, 50 Männer. Die weitere, der Rückschluss ist, Mädchen haben die besseren Abiturs, aber Abiturs, die besseren Abiturnoten. Also wenn man einen neutralen Test macht zur kognitiven Leistungsfähigkeit, schneiden die Jungs besser ab, vielleicht ist die Notenvergabe an der Schule auch nicht unbedingt gerecht. Vielleicht ist sozusagen das, wie Abiturnoten vergeben werden an Jungs, nicht gerecht, spricht kein Mensch drüber, sondern alle sagen, oh, das ist ja überraschend, dass Mädchen viel schlauer sind als Jungs. Danke, ne? Und also diese, wenn man da, wenn ich heute 20 wäre und sage, okay, ich, keine Ahnung, schreie dreimal in, ich bin jetzt sehr männlich, Testosteron, ne, und schreie halt in die Klasse und kriege das wegen Noten abgezogen, wogegen, ich sage mal, das typische Mädchen, was nett zum Lehrer ist und sagt, ja, ich melde mich. Mädchen haben immer, gefühlt immer die besseren mündlichen Noten, so, weil das potenziell dem Naturell des Mädchens eher entspricht als dem des Jungs. Und dann sagst du, okay, jetzt haben die Mädchen alle die besseren Abinoten, ich möchte Medizin studieren, also mache ich TMS. Du schneidest da neutral besser ab und da sagt dir wieder jemand, ey, du, sorry, hast leider das falsche Geschlecht, wir müssen die Frauen, dann bist du, wenn du 25 bist, findest du Frauen richtig scheiße. So, und zu sagen, das müssen wir aushalten und das wird mit der Begründung, weil der Opa hatte sozusagen mehr Freiheiten, finde ich ganz, ganz gefährlich. Ähm, ja. Weißt du, ich bin voll dabei und deswegen ist mein Wunsch, dass wir, und das ist ja auch das Wort, dass wir da gleich sind. Und ich verstehe jetzt deinen Punkt, dass du sagst, auf dem Wege der Gleichberechtigung geht aber die Gleichberechtigung verloren, weil wir jetzt quasi als Mann, hab ich darunter zu leiden. Das verstehe ich und das ist mit Sicherheit nicht im Sinne der Erfinder. Also, ich muss dir sagen, ich bin mit einem Selbstverständnis groß geworden. Ich habe mich nie mit Männern verglichen im Sinne von, oh, der kann irgendwas besser oder ich bin schlechter darin, weil ich ein Mädchen bin. Mein Vater hat mich die ersten, meine ersten Lebensjahre auch großgezogen wie ein Jungen. Das heißt, ich habe mich nie darum geschert, ich konnte so schnell laufen wie ein Junge und ich konnte so schnell schwimmen wie ein Junge und mir war es nie ein Problem in meinem Hirn. Ich habe mir nie die Frage gestellt, kann ich irgendwas nicht machen, weil ich ein Mädchen bin. Das war aber die sehr, sehr luxuriöse Situation, in der ich aufgewachsen bin, weil ich groß geworden bin mit einem Selbstverständnis von, du bist eine Frau, aber das ist wurschtegal. Du kannst alles machen und schaffen, was du willst. Es gibt halt viele Mädchen, bei denen das vielleicht nicht so ist und deswegen habe ich dann auch immer so ganz breitbeinig gesagt, so, ja, die ganzen Frauen sollen sich mal nicht so dranstellen. Wir können doch alles eh genauso gut und für mich war das nie ein Problem. Ich hatte nie ein Problem. Ich glaube halt, dass es aber viele gibt, die doch Probleme haben und ich kenne die Probleme selbst auch nicht so gut, weil sie mir nicht begegnet sind. Und deswegen bin ich tendenziell voll bei dir und sage so, ey, lass gucken, wer besser ist und der kriegt den Job. Aber ich meine, weißt du, ich glaube, wir beide sind in unserer Position, in der wir sind, sehr privilegiert, sowohl du als auch ich. Und ich glaube, deswegen fehlt uns beiden der Weitblick in Schichten und Strukturen, in denen wir beide selbst nie drin waren. Und deswegen bin ich einfach nur sehr vorsichtig mit solchen Aussagen, so, ja, jetzt ist es voll ungerecht für uns Männer und vorher, ne? Weil ich, ich glaube, ich glaube, es braucht das einfach, es tut mir wahnsinnig leid für euch, so sorry, wirklich. Und ich kann den Missmut verstehen und ich kann verstehen, dass man sich unfair behandelt fühlt, das verstehe ich. Aber ich, wie wir sehen, ist das gerade so the only way so ein bisschen to go und es ist verbesserungswürdig. Und auch ich möchte, dass es besser wird, voll. Ich will, ich will, dass wir unter Beweis stellen müssen, wer ist hier der Bessere, die Bessere. Das wäre mein, das ist das Einzige, was zählt für mich. Für mich gibt es keinen Unterschied. Aber da, da, wenn da… Das ist eine schöne These, an der ich mich gerne ein wenig reiben möchte. Oh Gott, ey. Ben, du hättest dir lieber Wodka hingestellt, anstatt mal Wasser. Ja, okay. Ist es vielleicht, ist es vielleicht, ist es vielleicht. Komm, reib dich. Los. Also, wir haben darüber gesprochen, also du hast gerade relativ am Anfang gesagt, heute stehen die Frauen ihren Mann oder deine Freundin stehen ihren Mann und können das und das ist etwas Positives. Und gleichzeitig haben wir darüber gesprochen, wie schwierig es ist, so Anfang 30 zu sein, einen Kinderwunsch zu haben und erwartet wird gefühlt die Quadratur des Kreises. Weil, wenn jemand richtig Karriere macht, dann arbeitet der halt 60, 70 Stunden die Woche und der Tag hat 24 Stunden, 70 oder 60 Stunden die Woche arbeiten und sich vernünftig um Kind kümmern, das geht per Definition nicht. Und das ist aus meiner Sicht kein gesellschaftliches Problem oder ein Problem fehlender Betreuung. Das ist sicherlich alles, macht es das einfacher, aber zu sagen, ein High-Perform-Karrieremensch, 60 Stunden die Woche, der kann diese 60 Stunden nicht auf die Erziehung von Kindern verwenden. Und jetzt wurde den Frauen, aber ich finde, du bist ein super Beispiel, eingebläut, du bist nur etwas wert, ich übertreibe es jetzt ein bisschen, wenn du eine Karriere machst. Und wenn du jetzt sagen würdest, ey Leute, ich bin Hausfrau, das ist ja schon fast ein Schimpfwort, zu sagen, oh, jetzt habe ich hier was Hausfreuliches gemacht. Zu sagen, ich habe ein Bedürfnis danach, potenziell einen starken Mann zu haben und aber auch ein Bedürfnis danach, in meiner Weiblichkeit zu sein und mich um Kinder zu kümmern und mich vielleicht nicht die ganze Zeit damit profilieren zu müssen, wer ist jetzt hier Senior Executive Vice und wie viel verdiene ich. Und das ist was traditionell, wir sagen traditionell Männliches, dieses Streben nach mehr, ich bin der Beste sein. So und es gibt ein Naturelement da drin aus meiner Sicht, was eben macht, dass Männer zum Teil halt diese Vorstandsvorsitzenden, die arbeiten halt nicht 70 Stunden, sondern tendenziell 100 und machen den ganzen Tag nichts anderes. Und die aller, allermeisten Männer sind keine Vorstandsvorsitzenden, sondern es sind ganz, 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 ganz wenige, die ihr Leben darauf committen. Und zu sagen, das wäre für eine Frau immer positiv, dieses Amt zu haben, aber gleichzeitig muss die irgendwie, hat einen Kinderwunsch, der aus ihr rauskommt und ja, liebe Frau, organisier das mal so, du brauchst halt nur potenziell eine gute Kinderbetreuung, dann kannst du beides schaffen, finde ich ganz, ganz schwierig. Und ich glaube, dass die, die, die eigentliche Problematik ist, Frauen zu verkaufen, dass sie nur etwas wert sind, wenn sie ihren Mann stehen können und wenn sie auf jeden Fall unabhängig sein können. Und das ist die Frage, wo hört Tradition auf und wo fängt Natur an? Und seine Natur zu verleugnen, wenn, nehmen wir mal als These an, es läge in der Natur der Frau, einen intensiveren Kinderwunsch zu haben als ein Mann und mehr Zeit mit Kindern verbringen zu wollen und daraus auch Erfüllung zu ziehen. Dann zu sagen, nee, 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 also passt mal auf, ihr seid nämlich unterdrückt, deswegen macht ihr das, nicht weil das die Natur ist und weil ihr das, weil ihr daraus Erfüllung zieht, sondern nur, weil irgendein böser Mensch das so mal entschieden hat. Und deswegen ist der Weg zum Glück für euch, ihr müsst die krasseste Karriere machen und irgendwie dazu noch ein Kind bekommen, dann auf jeden Fall geht ihr nicht nach Hause, aber maximal halt irgendwie ein Jahr Elternzeit oder so, das ist okay, aber alles darüber hinaus, man muss die, vielleicht ist das einfach nicht so klug. Vielleicht ist dieser, sozusagen, dieses Aufziehen von Mädchen zu sagen, ihr müsst so gut sein, also so sein wie Jungs und ihr seid eigentlich das Gleiche und ihr bewerbt euch auf die gleichen Positionen und ihr seid im Wettbewerb einfach nicht so gut oder so clever. Es scheint mir auf jeden Fall die These, dass Frauen einfach unterdrückt werden von bösen Männern und deswegen unglücklich sind und das Glück darin liegt, diese Unterdrückung, nennen wir es mal, aufzubrechen. Wir haben ganz viel über Privilegien von Männern gesprochen, die hatten halt die Wahl, arbeiten zu gehen, aber die mussten auch arbeiten gehen. Zu sagen, wenn ich jetzt als Mann mich um meine Kinder kümmern will, ich schicke meine Frau arbeiten oder meine Frau geht arbeiten und ich bleibe so. Das gab es nicht. Wenn ein Boot untergeht, so safe der Spruch über Jahrtausende, Frauen und Kinder zuerst. Also hier werden Leute sterben, die Frauen und die Kinder sollen bitte nicht sterben, sondern die Männer sterben für die. Ey, was ist das für ein fucking Privileg? So, redet kein Mensch drüber. Es ist immer nur so Vorstandsvorsitzende. So die ganzen schwierigen Jobs, 100 Prozent und 99 Prozent der Maurer sind halt Männer. Wird da irgendjemand hingehen und sagen, da müssen wir jetzt mal ein paar mehr Frauen oder halt die im Steinbruch arbeiten. Dann kommt die Frau und sagt, ich würde gerne hier eine Krankenschwester werden, weil ich möchte mich gerne um Menschen kümmern. Sorry, Quote voll, Steinbruch ist noch frei, ab mit dir. Ist das geil? Also ich glaube nein. Okay. Muss ich ganz kurz mal applaudieren. You got me on this one. Muss ich dir, ey, ich bin, ich bin, ich bin total, ich bin auch sehr, sehr, sehr gerne kritikfähig. Oder ich nehme das super gerne an und ich höre dir da gerade sehr gerne zu, denn du sprichst ganz viel Wahres. Und da möchte ich auch gerade überhaupt gar nicht gegenlenken. Ich kann mich daran nicht reiben jetzt, weil, ich weiß, aber du hast recht. In vielen Dingen, die du gerade gesagt hast, hast du recht. Und das ist genau in meinem Kopf der Kampf. Genau das, was du gerade beschrieben hast. Wie viele Anteile von mir wollen dieses Karriere-Ding und welche Anteile sind mir, habe ich mir so angeeignet, weil ich dachte, dass das das neue Ding ist, das ich jetzt machen muss. Ich glaube, das Ganze zusammengefasst ist folgendes Problem. Die ganze Welt ist gelenkt und, Entschuldigung, jetzt sage ich was ganz Hartes, verseucht von maskuliner Energie. Und damit meine ich nicht, dass Männer, dass das männliche Geschlecht verseucht und schlecht ist, sondern wenn wir von Yin und Yang sprechen. Die Welt steht unter Yang, Macht, Geldgeilheit, Gier, Krieg nach außen. Diese ganze Yang-Energie, dieses wirklich, dieses Macher und Tun und Erreichen, Achievement, Goals, 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 Goal, Digger, Boss, Girl, Dies, Das, alles, was du gerade gesagt hast. Und die Yin-Energie, die schaffende, die sanfte, die kreierende Energie, die eben einfach das Yang ausgleicht. Das ist gerade generell zu wenig bei allen von uns. Und dadurch, dass jetzt Frauen, genau wie du sagst, auch versuchen, dieses ganze Karriere-Ding und Macht-Ding und ich will jetzt auch so viel Geld verdienen und so, da gebe ich dir recht. Das ist vielleicht gar nicht so gut, aber vielleicht ist das bei irgendwie allen Menschen gar nicht so gut. Weißt du, wie ich meine? Also ich glaube, und das ist das Ding in meinem Kopf, ich sage dir jetzt, ich habe genau diesen Struggle, den wir hier gerade am Tisch haben. Wir haben meinen Kopf hier gerade auf dem Tisch. Wir haben hier mein Gehirn quasi einmal seziert. Dieses, manchmal will ich einfach Frau sein. Manchmal will ich einfach sanftmütig. Und ich will nicht Ellbogen auspacken. Ich will nicht in dieses Meeting gehen und mich hinstellen und sagen, ich bin hier die Geilste. Ey, ich will, ich will, ich will Kids, ich will eine Mama sein. Ich will, will fürsorglich sein. Ich will Zeit dafür haben. Ich will die Ruhe dafür haben. Und manchmal strengt mich dieser Termindruck, der Leistungsdruck. Das strengt mich alles an. Ich gebe dir total recht. Ich glaube, manchmal bin ich von meiner Energie vielleicht wirklich nicht dafür geschaffen, um dieses Harte. So bin ich gar nicht. Ich glaube aber auch, dass es Männer gibt, die gar nicht so sind. Wie du ja gerade selbst gesagt hast, weißt du. Ich glaube, wir Menschen generell, um das mal, weil ich finde, weil ich glaube, da eine Lösung oder da jetzt hier in diesen Gesprächen ein Mittel zu finden, Mittelmaß zu finden, wo wir beide gleichermaßen unzufrieden mit sein können, ist super schwer. Ja, ich glaube, ich würde dazu sagen, die Welt hat zu viel von all dem, sowieso schon. Und ich glaube, wir sollten alle vielleicht hier und da überlegen, wie sehr wir, egal ob Mann oder Frau, dieses ganze Erfolgs- und Karriere-Ding brauchen. Das ist schon mal so ganz, um das jetzt, um hier so ein bisschen die Woge zu glätten. Aber ja, ich gebe dir recht, wir haben noch nicht so viel Zeit da in diesen Rollen und in diesen Positionen, in die wir jetzt sind, verbracht. Und das ist für uns alle neu und das ist für uns alle anstrengend. Ich kenne wahnsinnig viele Frauen, die dieses Problem haben und die sagen mir so, Alter, ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht. Ich weiß nicht, manchmal an dem einen Tag bin ich so, an dem anderen Tag bin ich so, manchmal bin ich der Chef und manchmal bin ich einfach nur die Frau. Es ist gerade sauschwer für uns auch irgendwie, sich da zurechtzufinden. Und deswegen versuche ich gerade, um so einen Schlenker zu machen, ich habe ein Kollektiv, ein Frauenkollektiv gegründet. Und das ist überhaupt jetzt nicht hier so eine Feministinnen-Schose, die ich jetzt hier anfange und sage, wir Frauen müssen Sommer halten, die Männer sind alle schlecht. Null, gar nicht, sondern es geht wirklich einfach darum, sich da genau in dem Themengebiet aufzufangen und sich gegenseitig zu supporten. Und auch die Divine Feminine Energy, also wirklich dieses Sanftmütige, dieses Kreieren, die Liebevolle, das auch wieder zu kultivieren und zu sagen so, hey, können wir gucken, ob wir irgendwie eine Mischung finden. Das heißt, die Hera Club, das ist dieses Kollektiv, also Hera, die Heldin, die Kriegerin, gleichzeitig aber auch einfach nur die feminine Form von Heros, also das ist der Krieger, der Held. Und die Hera Club habe ich das genannt, weil ich damit sagen wollte, wir sind einfach nur die weibliche Form davon. Wir sind nicht besser, wir sind nicht schlechter, aber wir sind weiblich und wir haben Energien und Qualitäten, die Männer nicht haben. Andersrum aber auch genauso, ne? Wir haben aber auch Qualitäten nicht, die Männer haben. Und wie können wir jetzt versuchen, all die modernen Ansätze, die Karriere, die Selbstständigkeit, die Selbstverwirklichung in Einklang zu bringen? Mit unserer sanften, femininen Seite, die wir da alle haben, das heißt, keine Ellbogenmentalität, keine, ich gönne dir nichts, ich bin besser, sondern ein gemeinschaftliches, eine Sisterhood, Schwesternschaft, das haben Frauen, das können wir, weißt du? Wir können dieses Gemeinschaftliche eigentlich wahnsinnig gut, aber dieses ganze Rumgebitsche, was man so kennt, es kann nur die eine geben. Das entsteht, weil uns eingetrichtert wird, wir müssen so sein wie Männer. Demnach fangen wir dann an, unsere Ellbogen auszupacken, vielleicht wollen wir das aber gar nicht, machen es aber dann trotzdem, weil wir denken, es sei die einzige Möglichkeit, aber das stimmt gar nicht. Und die Hero Club will zeigen, hey, lasst uns gemeinsam Sachen machen, lasst uns gemeinsam Geschäfte machen, aber auf eine coole, entspannte Art und Weise, ohne diesen krassen Leistungsdruck, ohne diese Ellbogenmentalität. Lass uns gegenseitig supporten und gemeinsam besser machen, weil ich glaube, das ist eine Art und Weise, mit der wir sehr viel besser arbeiten können. Ich finde das sehr wertvoll, was du sagst. Ich finde, wir haben eine krasse Überlappung doch geschaffen. Und was mir besonders aufgefallen ist, ist deine Yin-Yang-These. Wenn Yin die männliche Energie ist und Yang… Andersrum. Yang ist männlich und Yin… Nicht schlimm. Yang ist männlich, Yin ist weiblich. Ich spreche im Folgenden von weiblich und männliche Energie. Ja, gut. Ich meine das. Wenn man sagt, Männer haben überwiegend männliche Energie oder die meisten Männer haben überwiegend männliche Energie und männliche Energie macht etwas Positives. Das ist ein Wettbewerbsdruck, ist aber auch der Progress und Fortkommen und was erreichen. Und besser sein führt ja potenziell dafür, dass viel Positives entsteht. Und Frauen im Allgemeinen oder die meisten Frauen haben überwiegend weibliche Energie. Und das hat einen ganz erheblichen Vorteil. Und Frauen können Dinge, das hast du ja gerade gesagt, die Männer nicht können und Männer können Dinge, die Frauen nicht können. Das impliziert, und das ist fast, glaube ich, mittlerweile eine provokative These, Männer und Frauen sind nicht gleich. Die sind unterschiedlich und haben beide ihre Stärken und Schwächen. Und Frauen zu suggerieren, passt auf, ihr müsst jetzt männliche Energie aufbauen, weil das ist das Ding. So, die Frage ist doch eigentlich, wie können die Frauen die weibliche Energie in die Welt bringen? Und die Antwort ist potenziell nicht als Vorstandsvorsitzender eines DAX-Konzerns, wo sie die ganze männliche Energie bräuchten und ihre weibliche abgeben müssen, sondern sowas wie den Heraclub, richtig? Heraclub. Ich weiß nicht, was potenziell auch möglich ist, aber zu sagen, diese Frage, wie können wir weibliche Energie in die Welt bringen und die Welt besser machen, ist eine ganz andere Frage, als zu sagen, wie können wir die blöden Männer, die immer das Beste bekommen haben, bestrafen dafür, für unser Leid und führt zu einer ganz anderen Gesamtwelt, finde ich. Und zu sagen, gesellschaftlicher Status ist vielleicht nicht wie bei den Männern, zu sagen, wenn du Executive Vice in deiner Signatur hast, dann bist du was Besseres als nur Executive oder Vice, keine Ahnung, ich habe mich damit nicht aus, sondern dass es für Frauen etwas ganz anderes sein kann. Aber diese These darf man ja aus meiner Sicht im Moment gar nicht aufstellen, weil Frauen sind ja das genau Gleiche wie Männer. Und tatsächlich, Side Story, 90 Prozent meiner Angestellten sind Frauen. Alle Männer, die ich bisher eingestellt habe, die überwiegende Zahl der Männer, hatten Schwierigkeiten und haben das Unternehmen früher oder später verlassen. Und warum? Weil wir ein sehr feminines Produkt machen, da mit männlicher Energie reinzugehen, sehr, sehr schwierig. Wir machen halt Babytragen, ganz viel Motherhood. Das können Frauen einfach besser. So, wenn ich Sturmgewehre machen würde oder Rennauf, wäre das Team dafür das Falsche, weil da brauchst du halt die männliche Energie. Und zu sagen, wir brauchen für alles immer Frauen und Männer und Frauen müssen so männlich sein, sagt ja keiner, sondern Frauen müssen stark sein. Frauen müssen die Ellbogen ausfahren, damit sie die Karriere machen, ist potenziell sehr, sehr gefährlich für uns als Gesellschaft, aber vor allem auch für die Frauen. Weil, wie willst du diese Erwartungen erfüllen mit Top-Karriere und Kindern, mit idealerweise 27? Also, sehr schwierig. Ja. Sehr schwierig. Also, sehr schwierig. Und genau deswegen hat diese ganze Diskussion angefangen, genau, weil ich dir gesagt habe, ich bin Anfang 30 und das ist schwierig. Wenn wir vom Hölzchen auf Stöckchen kommen. Es ist so, aber du hast, aber es ist so. Ja, also, wir brauchen, wir müssen aufhören, uns krampfhaft in Rollen drücken zu wollen, in die wir vielleicht gar nicht reinpassen mit Energien, die gar nicht unsere sind. Und, um auf das Sturmgewehr ganz kurz einzugehen, wenn es aber jetzt, ich glaube, das ist nur das Wichtige, wenn es jetzt die Frau da draußen gibt, die sagt, ich habe ultra Bock auf Sturmgewehre, ich bin so eine geile Scharfschützin und ich sniper hier, wie der Wille Wille Wille, weißt du, dann muss diese Frau einfach nur die Möglichkeit haben, das tun zu können. Aber ich glaube, das steht deiner Aussage ja auch überhaupt gar nicht im Weg. Nur dieses voll, dieses krampfhafte, die maskuline Energie weiter ausbauen, weiter ausbauen, weiter ausbauen, die bringt mich auf jeden Fall. Ich kann auch für mich sprechen und da gebe ich dir recht manchmal an den Punkt, wenn ich sage, ich kann das jetzt so nicht mehr. Ich muss es auf meine Art und Weise machen und die funktioniert ja auch. Denn es gibt ja auch viele Möglichkeiten, mit eben nicht über dir der Macher und so nach vorne zu kommen. Und es gibt wundervolle Berufe natürlich auch, über die auch immer gar keiner spricht. Jeder erstrebt immer so den Big Boss Posten und so. Und es gibt super viele, ich finde immer so ganz viele Sachen werden auch gar nicht gesehen. Die meisten Berufe, die wir alle nicht so sehen, sind eigentlich noch viel, viel krasser. Ich bin gerade hier, habe das Auto gepackt und bin in so einem Altenheim vorbei und da war eine Pflegerin mit einer Alten-Omi und ist mit der spazieren gelaufen, weißt du. So, ey, das sind, das sind wirklich Menschen, vor denen ich wirklich meinen Hut ziehe und sage, ey, krass, was du hier machst. Und das ist, ne, also wir sind alle so erfolgsgeil und top of the edge geil und so weiter, dass wir, dass wir, und das ist diese, jetzt frage ich wieder von vorne an, aber das ist dieses, dieses, diese Young-Energie. Die, so dieses, ich muss ganz nach oben, ganz nach vorne, koste es, was es wolle. Und ich glaube, ey, ja, am Ende, wenn jeder dafür sorgt, dass er ein guter Mensch ist und eine gute Energie diese Welt bringt, dann ist uns allen geholfen, sei es maskuline Energie, sei es feminine Energie. Wenn er damit glücklich ist, wenn sie damit glücklich ist, dann wird die Welt ein besserer Ort. So, Punkt, glaube ich, ja. Ich glaube, liebe Melli, das ist ein ganz fantastischer Schluss für diesen Podcast. Ich danke dir ganz herzlich, dass du hier warst. War wirklich sehr, sehr erkennnisreich und, ja, freue mich fast schon aufs nächste Mal. Ja, ich, ich danke dir. Ich bin jetzt klatschnass geschwitzt. Das war gut. So, fertig. Riesenehre, dass du dabei warst. Herzlichen Dank. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne ein paar Sterne da, ein Like, subscribe und follow. Also, es gibt ungeskriptet auf YouTube, Spotify. Natürlich gibt es auch meinen persönlichen Instagram-Account. Folgt mir gerne. Lass in den Kommentaren deine Meinung da. Was geht besser und wen sollte ich mir das nächste Mal zur Brust nehmen? Herzlichen Dank und alles Gute. Bis dann.